Wow, Sheldon, ich bewundere es, dass du dir selbst ein Spiel ausgedacht hast. Oh, Forschungslabor heißt mehr als nur ein Spiel. Wie der Slogan schon sagt, die Physik ist reine Theorie, aber das Vergnügen ist echt. Dann spielen wir es vermutlich falsch. Okay, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, wow, seht euch das an, mein Forschungsstipendium ist verlängert worden. Oh, klasse, Wurf. Dann kannst du umgehend deinen Zyklotron russischer Bauart abschalten und dafür den großen Teilchenbeschleuniger hinstellen. Yeah. Du hast es total drauf, Penny. Und als erste Beta-Tester seid ihr zwei im Vorteil, wenn wir am Sonntag mit Wolowitz und Kutrapalli spielen. Oh, tja, Sheldon, ich fürchte, dass wir Sonntag nicht spielen können. Wieso nicht? Na, weil ich denke, das wird Penny dir gleich verraten, Penny. Ich werde dann meinen Freund Justin vom Flughafen abholen. Da hörst du's. Sie hat ihm versprochen, dass sie ihn dort abholt und ich kann nicht spielen, weil ich sie begleite, oder? Ähm, ja, wenn du willst, aber es wird eng im Wagen, weil er einen Haufen Zeugs hat, Gitarre, Verstärker und so. Warte, wer hat das dabei? Mein Freund Justin. Pass doch auf, Leonard, das hat sie uns eben erklärt. Was macht dieser Justin? Würfel endlich. Hab ich dir erzählt. Hast du nicht? Jetzt würfel endlich. Doch, mein Freund aus Omaha, er spielt Gitarre und er kommt nach L.A., um ein paar Sessions zu machen. Und meinetwegen kann er ein paar Wochen auf der Couch überlassen. Mach schon, Leonard, würfel eine Sechs, dann stirbt Penny einen furchtbaren Strahlen-Tod durch Kernschmelze. Und das, mein Dich, das Vergnügen ist ganz echt. Sekunde, ähm, irgendein Typ wird auf deiner Couch schlafen? Er ist ja nicht irgendwer, er ist mein Freund. Und mit Freund hast du gemeint, nur ein Freund? Schwuler Freund oder Ex-fester Freund oder ein platonischer Freund, der aber eine Schwäche für dich hat? Also schwul ist er eindeutig nicht. Oh, also ein eindeutig nicht schwuler Musiker, der auf der Couch meiner Freundin schläft. Yippie. Okay, ja, wir hatten früher ein paar Dates, aber richtig zusammen sind wir eigentlich nie gewesen. Gut, ich will keinesfalls pedantisch sein, aber wenn ihr ein paar Dates hattet, ist doch sicher mehr zwischen euch gelaufen. Der Ausdruck, ein paar Dates, ist meist gleichbedeutend miteinander nackt gesehen. Dann würfle ich für dich. Ist das ein Problem für dich, dass Justin bei mir wohnt? Wie hast du das nur erraten? Oh, weh, ein Industrieunfall. Hey, tu nicht so, als wäre ich bescheuert. Aber das tue ich doch auch gar nicht. Ich finde die ganze Geschichte nur total idiotisch. Weil sie versehentlich in ein Helium-Argon-Laser starren, setzen sie eine Runde aus. Natürlich tust du so, als wäre ich bescheuert. Es ist mein Freund, es ist meine Couch und es ist mein verfluchtes Leben. Du bist jetzt dran. Du hast recht. Es ist dein Leben. Es ist deine Sache, ob du den blöden Gitarristen hier schlafen lässt. Am besten schaffst du dir gleich ein Doppelbett an und lädst die Black Eyed Peace ein. Hey, und wenn ich hier sonst wen einlade, das halbe Woodstock-Revival und alle schlafen hier bei mir, ist das ganz allein meine Sache. Hör dir eigentlich zu. Hast du die leiseste Ahnung, wie kindisch du dich anhörst? Jetzt höre ich mich kindisch an. Wenigstens bin ich keine Idiotin mehr. Das eine schließt aber das andere nicht aus, weißt du. Oh, du bist so ein... Was in aller Welt tut Sheldon da? Er will uns ausschalten. Er kann Streit nicht leiden. Sheldon, hör auf. Der Streit ist jetzt vorbei. Oh, und bevor du mich getroffen hast, hattest du doch keine Ahnung, wer die Black Eyed Peace überhaupt sind. Ich hatte von denen aber gehört. Wusste nur nicht, dass es eine Band ist. Sheldon, sie ist weg. Du kannst jetzt den Mixer ausmachen. Hat eure Beziehung nunmehr ihr unausweichlich bitteres Ende gefunden? Nein, wir hatten nur eine kleine Kabelei. Sie ist doch positiv. Resultierend aus Pennys Aufgabe triumphierst du als weltweit erster Gewinner des neuen Spiels Forschungslabor. Und als Sieger bekommst du ein Wassereis. Wie kann sie nur einfach so ankündigen, dass irgendein alter Freund auf ihrer Couch schläft? Hey, was hältst du von einem Spiel während der Fahne? Ich will jetzt aber nicht spielen, Sheldon. Es heißt Wissenschaftler. Also, ich nenne drei Wissenschaftler. Du stufst sie entsprechend der Größe ihres jeweiligen Beitrags auf ihrem Fachgebiet ein. Um das Ganze spannender zu machen, darfst du nur die Leistung der jeweiligen Person auf ihrem Fachgebiet werten, nicht die Bedeutung des Fachgebietes selbst. So hat etwa Abu Musayabi Ibn Hayyan wahrscheinlich einen größeren Beitrag zu deren Verruf geratenen Alchemie geleistet, als Halbert Wanderplatt zur Neurobiologie. Okay, gönnen wir uns den Spaß? Ein alter Freund, der eindeutig nicht schwul ist. Das hört man wirklich gern. Eindeutig nicht. Na schön, ich denke mir was Leichtes aus. Isaac Newton, Marie Curie und Nils Bohr. Und ich mache nur eine kleine Andeutung und auf einmal bin ich der Böse. Ein Hinweis, Marie Curie hatte Hilfe von ihrem Mann. Wie soll man darauf reagieren? Okay, Penny, ich finde es cool, dass ein ehemaliger Freund in deiner Wohnung übernachtet. Tja, Lennart, es interessiert aber keinen, was du cool findest, weil ich Penny heiß und hübsch bin und sowieso tue, was ich will. Oh, ich verstehe. Du dachtest, du tust mir einen Gefallen, als wir beide etwas miteinander anfingen. Nein, nein, Lennart, ich tue dir schon einen Gefallen, wenn ich mich mit dir in einem Zimmer aufhalte. Lennart, halt bitte an. Was ist? Ich halte euer dauerndes Gestreite nicht mehr aus. Kommt, der Film fängt gleich an. Wir schaffen es schon noch pünktlich. Ich glaube, meine Sorge ist nicht unbegründet. Schließlich beginnt der Film schon in 17 Minuten. Das bedeutet, wir brauchen jetzt durchgehend grüne Ampeln, der übliche Kauf von Getränken fällt weg und das Wasser lassen auch. Wieso hast du das nicht gesagt, bevor ich den letzten Red Bull runtergekippt habe? Vorwärts, vorwärts, Power Rangers, los! Hey. Hey. Wir gehen ins Kino. Tun wir nicht. Wir stehen hier und quälen uns durch eine peinliche Begegnung. Sekunde. Sie zeigen die neue Digitalfassung von Timebindets. Hast du Lust, uns zu begleiten? Nein, eigentlich nicht. Auch gut, die Einladung war sowieso sinnlos und wurde wie erwartet abgewiesen. Alle sind friedlich, keiner will Streit. Schönen Abend noch. Ich brauche eine Minute. Oh, klar. Lasst euch ruhig Zeit. Also, reden wir kurz über gestern Abend? Wenn du dich entschuldigen möchtest. Nein. Äh, falsche Antwort. Danke fürs Mitspielen. Komm schon, das ist doch blöd. Ah, geht das wieder los? Du denkst, ich bin blöd? Nein, es ist ein Unterschied zwischen blöd sein und sich so zu verhalten. Ach ja? Und es gibt einen Unterschied zwischen ein Blödmann sein oder ein Idiot? Nein, das stimmt nicht. Das sind Synonyme. Das war recht unerfreulich. Ich denke nicht, dass ich vor dem Kino noch aufs Klo ging. Lennart, als diese Frau vor drei Jahren eingezogen ist, ried ich dir, dich von ihr fernzuhalten. Ihretwegen verpassen wir noch den Film. Hey, sieh an. Amazing Spider-Man 183. Hab ich. Weißt du noch, Spider-Man verliert ein Gefecht. Naja, und seine Freundin macht Schluss mit ihm. Soll ich es dir vielleicht kaufen? Er ist beruhiglich eventuell. Hey Leute, was ist los? Wir müssen ein paar Stunden totschlagen bis zur nächsten Vorstellung von Time Bandits. Verstehe. Kein Problem. Ich wollte eigentlich früher schließen und nach Hause gehen, aber... Eigentlich ist es egal. Da steht nämlich auch alles voll mit diesen Comic-Büchern. Danke, Stuart. Ich muss dich was fragen. Findest du es okay, dass Penny ihren Ex-Freund auf der Couch schlafen lässt? Nein, ich finde, damit ist sie zu weit gegangen. Danke. Ja, aber wenn sie dich fallen lässt, hat sie spätestens morgen früh jemand Neues. Und du hast eine neue Freundin, wenn du weißt, wie du dir eine backen kannst. Die einzige Frage ist also, wann wirst du endlich einlenken? Ich werde gar nicht einlenken. Entschuldigt mal. Ich finde, Penny ist gar nicht so weit gegangen. Sie gehört ihr nicht. Weißt du, meine Freundin, wie sie sagt, steck ihr einen Ring an, wenn du die Frau gern hast. Na ja, sie hätte wenigstens nachgeben können, als sie gesehen hat, wie aufgebracht und verstimmt Lennart war. Du meinst so verstimmt wie ich, als du nicht zum Kochkurs erschienen bist, weil du unbedingt mit deiner Mutter eine Saft-Diät machen wolltest? Wie konnte ich ahnen, dass du dich darüber aufregend hast? Ja, offenbar sind dir die Anzeichen entgangen. Ich habe doch gesagt, ich bin verstimmt, Howard. Okay, tut mir leid. Vielleicht versteht man das hier anders, aber in Indien heißt das, ich bin verstimmt, Howard. Aber ich sagte doch, dass es mir leidtut. Das hängt nicht daran, dass ich mit diesem veganer Hühnchen mit Reis kochen sollte. Weißt du, was veganes Hühnchen mit Reis ist? Reis! Ja, denkst du etwa, ich fand das alles witzig, das ganze Saft gesaufe und dann sagt meine Mutter, hast du je so viel gepinkelt in deinem Leben? Oh mein Gott, du bist ja so ein Muttershühnchen. Hey, zieh meine Mutter da nicht mit rein! Ich habe nicht damit angefangen! Schluss damit alle beide! Dieses gibt's Hanke, ich komme mir vor wie früher bei meinen Eltern. Verdammt George, wenn ihr nicht aufwärst zu trinken, verlasse ich dich! Hör dich auf mit deinen leeren Drohungen, ich bin sternhagelvoll und du bist noch hier. Hör auf zu schreien, du bringst Sheldon zum Wein! Ich sag dir, warum Sheldon Wein, weil du ihn Sheldon genannt hast! Mann, wieso ist er denn so mies drauf? War ja klar, wenn Sheldon sauer ist, kriegst du es mit! Oh, ich danke vielmals! Kommen Sie bald wieder! Bringen Sie ruhig etwas mehr Trinkgeld mit! Hey Sheldon, was für dich denn her? Dies ist ein Restaurant, es ist Zeit zum Essen. Als Kellnerin sollte dir das Paradigma vertraut sein. Wird Lennart auch kommen? Nein, ich glaube, Lennart wartet darauf, dass du angekrochen kommst und ihn um Verzeihung bittest. Tja, da kann er lange warten. Das hab ich schon befürchtet, deswegen bin ich auch gleich hergekommen. Weswegen? Sei so nett und bitte du ihn um Verzeihung. Ich bin beschäftigt. Entschuldigen Sie bitte, Miss! Ich würde gerne etwas bestellen. Schön, was darf's denn sein? Ich hätte ein paar Fragen. Der Karte nach zu urteilen, gibt es hier Suppe und ein halbes Sandwich. Ja. Ich verstehe nicht, wo ich das halbe Sandwich herbekomme. Kriege ich die Hälfte von einem anderen Sandwich? Oder muss ich so lange warten, bis ein anderer meine zweite Hälfte will? Nein, nein, das wird extra zubereitet, Sheldon. Warum bereite dir ein halbes Sandwich zu? Warum bittet ihr nicht sowas an wie ein Mini-Sandwich? Okay, gut. Also dann Suppe und ein Mini-Sandwich. Ist das in Ordnung? Nein, ist es nicht. Ich nehme das Übliche. Ah, toll. Willst du mich denn nicht fragen, ob ich etwas trinken möchte? Trinkst du sonst nicht Limonaden? Ja. Willst du Limonade? Ja. Sonst noch was? Ja, ich will, dass du dich bei Lennart entschuldigst. Ich habe keine Lust, mich zu entschuldigen. Er ist derjenige, der es vermasselt hat, Sheldon. Irrelevant. Eure gestörte Beziehung sorgt dafür, dass mein Leben unerträglich wird. Oh, tut mir leid, Sheldon, aber es geht hier nicht um dich. Das verstehe ich nicht. Ja, ja, ich komme gleich zu Ihnen. Sheldon, ich habe zu tun. Na gut, nur mal angenommen, Lennart hat in diesem Fall Unrecht und du hast recht. Lennart hat Unrecht? Angesichts von der von dir begangenen Verfehlung, die er dir verziehen hat, könntest du da nicht wenigstens dieses eine Mal persönlich auf ihn zugehen? Ich komme sofort auf Wiedersehen. Was meinst du mit, ich hätte Verfehlungen begangen? Hast du angenommen, Lennart hätte nichts gegen dich vorzubringen? Was denn? Ich meine, ja, ja, ich sehe sie, sie möchten zahlen, das können sie gleich. Halten sie die Füße still. Was hat Lennart gegen mich vorzubringen? Dein Fahrstil, deine Armada von Stofftieren auf deinem Bett, die ihn während eurer amorösen Aktivitäten anstarren. Deine Unzuverlässigkeit, deinen Gesang. Meinen Gesang? Das ist eigentlich von meiner Liste, aber Lennart wäre verrückt, wenn er das anders sähe. Okay, wenn Lennart so viele Probleme mit mir hat, wieso hat er da nichts gesagt? Er hält dich für sehr reizbar, hysterisch und äußerst sensibel. Ach, wirklich? Gut, dann tu mir einen Gefallen und sag ihm, dass er von mir aus tot umfallen kann. Und sie wundert sich, dass hier alle so wenig Trinkgeld geben. Hey. Oh, gut, dass du da bist. Ich wollte dich um etwas bitten. Klar. Entschuldige dich bei Penny. Was? Jetzt gleich am besten. Lennart! Ich fürchte, dafür ist es nun zu spät. Du hast also was gegen meine Stofftiere, meinen Fahrstil und meine Unpünktlichkeit? Was? Wer zählt denn so einen Blödsinn? Wieso redest du hier so einen Blödsinn ein? Es ist völlig egal, warum. Es ist also wahr, ja? Okay, ja, es ist wahr. Aber das ist doch alles nicht so wild. Ich finde es viel schlimmer, dass du einen deiner Ex-Lover auf der Couch schlafen lässt und mich vorher noch nicht mal fragst, ob ich einverstanden bin. Das ist doch gar nicht das Problem. Dein Problem ist, du vertraust mir nicht. Ach, komm schon. Sheldon, hab ich nur ein einziges Mal gesagt, dass ich ihr nicht vertraue? Sheldon? Wo ist der denn? Och, dein Gebrüller hat ihn wahrscheinlich total verschreckt. Wo willst du hin? Du kannst dich mitten in einem Streit einfach abbauen. Doch, ich suche deinen verdammten Mitbewohner, bevor er sich irgendwas antut oder aus Versehen in ein Auto reinläuft. Wieso sagst du das nicht gleich? Oh, brauche ich dafür jetzt auch schon deine Erlaubnis? Ich kann keine Gedanken lesen, Benni. Wieso nicht? Da du doch so intelligent bist und ich so blöd. Ratsch. 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 Hör auf zu klopfen, es ist offen. Bitte sag meinen Eltern, dass unsere schwarze Materieforschung wichtig ist und ich nicht zur Hochzeit meines Cousins kommen kann. Fragen Sie unseren Sohn, was wir den Chaudry sagen sollen. Ihr Doktor Lakshmi kommt aus London, weil sie ihn kennenlernen will. Wie oft denn noch? Ich will nichts von Lakshmi. Ihr passt gut zusammen. Ja, Lakshmi hat inzwischen einen Magenmann. Jetzt kannst du dich noch gut mit ihr stellen, ehe sie abnimmt, weil sie danach viel selbstbewusster wird. Und wenn schon, wieso haltet ihr mich für unfähig, selbst eine Frau zu finden? Mit 27 ist das schwer und ich will nicht diesen Howard's Frieger Doktor. Oh, das war aber jetzt vollkommen unter der guten Linie. Sheldon, sag bitte, dass Howard und ich nur Freunde sind. Sheldon? Howard und ich sind nur Freunde. Gut, ich komme zu Sanchez Hochzeit. Sheldon! Was soll der Unsinn? Er ist doch kein entlaufender Hund. Hey, wenn du dir schon keine Mühe gibst, ihn zu finden, halt wenigstens für eine Weile die Klappe. Aber wenn ich die Klappe halte, wirst du garantiert noch ein Stoppschild überfahren. Welches Stoppschild? Guck auf die Straße! Guck auf die Straße! Hau ab! Mach die Tür auf, ich bin beschäftigt! Ich bin auch beschäftigt, mach selber auf! Ich kann nicht, ich hock auf dem Klo! So genau wollte ich das gar nicht wissen, mach auf und sag, ich bin beschäftigt! Ich hab dir doch gesagt, ich bin auf dem Klo, aber du hörst mir ja nicht zu! Weißt du was, ich hoffe, dass uns jemand überfallen will und mir der Kugel in den Kopf schießt! Wenn das wirklich ein Verbrecher ist, dann sag ihm bloß nicht, dass ich auf dem Klo bin! Da ist niemand! Du spinnst doch echt, du verrückter Alter! Hey Stuart, hast du Sheldon gesehen? Ja, er hockt da bei den illustrierten Romanen. Ich glaube, er hat sich da eingenistet. Danke! Penny! Ja? Ist alles in Ordnung? Warum fragst du? Sheldon sagt, dass du dich mit Lennart gestritten hast. Oh, ja, das ist nicht weiter dramatisch. Gut, das freut mich! Ich liebe dich. Bitte, rede mit mir, sonst gehe ich nicht weg. Hey, was hat er denn? Das ist etwas kompliziert. Er tut wieder so, als sei er in einer anderen physikalischen Dimension, in der er uns beide nicht wahrnehmen kann, weil er weder etwas hört noch sieht. Ihr braucht euch nichts einzubilden, ich ignoriere euch nur. Ach, hör mal, Sheldon, wir streiten uns nicht mehr, lass uns nach Hause fahren. Es ist genau wie früher. Ich sitze allein im Kinderzimmer und höre mir einen Richard Feynman-Vortrag an, während meine Mutter schreit, dass Jesus ihr verzeiht, wenn sie Dad gemahlenes Glas ins Essen mischt. Und mein Dad sitzt auf dem Dach und zerschießt ihre Lieblings-Sammeltassen. Okay, du hast mein Wort drauf. Lennart und ich werden uns nie wieder anschreien. Wirklich? Und wo wird dein Freund Justin schlafen? Ja, wo wird er schlafen? Oh mein Gott, hörst du endlich auf? Ich würde aufhören. Wieso sollte ich einlenken? Wieso sagst du Justin nicht, dass er woanders übernachten soll? Ich verflucht noch eins. Also, du hattest eine schwere Kindheit. Wir hatten alle eine schwere Kindheit. Irgendwann solltest du erwachsen werden und sie überwinden. Lennart, lass mich das machen, bitte. Hör zu, lass... Sheldon, bitte versuch uns zu verstehen, weißt du. Lennart und ich, wir führen eine Beziehung und gelegentlich streiten wir uns. Aber was auch immer zwischen uns geschieht, wir werden dich immer lieb haben. Oder, Lennart? Immer ist aber verdammt lang. Na klar, immer. Also, wie wär's, wenn wir dir den Roboter kaufen und dann nach Hause fahren? Ich will den dann. Okay, dann kriegst du den anderen. Ach, komm schon. Er wird ein-, zweimal damit spielen und danach landet er in seinem Schrank, wo der andere schreit liegt. Kauf ihm den Roboter, Lennart. Krieg ich das Comic-Heft auch? Natürlich. Da bist du ja. Wie hat Justin reagiert, als du ihm sagtest, der soll woanders schlafen? Er ist Musiker, wenn es sein muss, schläft er in seiner eigenen Kotze. Ich hätte viel mehr verlangen sollen, als ein Comic-Heft und ein Roboter. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Na gut, sehen wir doch mal, was an der Ostküste läuft Oh, hey, du! Kein besonders guter Film, aber seht euch diese wunderschöne Wüste an So ein Pech, dass Scherden nicht mitkommen konnte Alles wäre anders mit ihm Das war gut, echt gut Ach, das ist doch nichts, ich schalte mal wieder zu weird sex Logbucheintrag Sheldon Sternzeit 63345.3 Während meine Kollegen sich aufgemacht haben, den Meteorschauer der Leoniden zu beobachten, bin ich zurückgeblieben, um meine Abhandlung über den Zerfall hoch angeregter Schwingungszustände massereiche Objekte fertigzustellen Obwohl ich mit meiner Forschung gut vorankomme, vermisse ich doch die Wärme menschlicher Gesellschaft Auch Ihnen einen schönen guten Abend, CM Palace Hier spricht Sheldon Cooper Ich werde heute Abend allein speisen, daher gedenke ich, meine übliche Bestellung zu reduzieren Zunächst hätte ich gern eine Viertelportion des gemischten Vorspeisentellers und die Hälfte der goldenen Kostbarkeit für zwei Och, bei aller Liebe, etwa Mitte des 19. Jahrhunderts teilte König Rama IV. von Siam sein riesiges Reich unter den Kolonialmächten Europas auf, um seinen Thron zu behalten Sie als sein kultureller Nachfahre werden das doch wohl auch mit Partei und Teigtäschchen schaffen Sheldon, hilf mir! Ich lege jetzt auf Ach und übrigens, meine geharnischen Kommentare auf food.com führten kürzlich zur Schließung eines hiesigen Muffinladens Penny? 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 Komm endlich rein! Penny? Ich bin hier hinten! Penny? 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 Verdammt nochmal, ich bin im Badezimmer! Soll ich vielleicht später wieder kommen? Komm rein! Vereil dich! Mag es nicht zu klopfen! Hallo? Ich bin ausgerutscht und ich glaube, ich habe mir die Schulter ausgekugelt Kein Wunder, du hast weder eine Sicherheitsmatte noch Aufkleber, die auf einer Oberfläche mit einem niedrigen statischen Reibungskoeffizienten einen sicheren Halt bieten Was? Wannen sind immer rutschig Das weiß ich, ich bin ausgerutscht Ich habe einige sehr drollige Entensticker in meine Badewanne geklebt Ja, ganz toll, stellst du jetzt das Wasser ab und hilfst mir beim Aufstehen? Sie haben Regenschirme Was? Die Enten in meiner Wanne Das ist das drollige an Ihnen, weil Sie gar keine Schirme benötigen Außerdem sind Sie auch unfähig, sie zu benutzen Mein Gott, ich muss ganz dringend in die Notaufnahme Gut, angenommen, du hast recht und der Oberarmkopf ist wirklich aus der Schulterpfanne gesprungen, würde ich das auch so sehen Okay, fährst du mich? Aber ich fahre nicht Und ich kann nicht fahren Dann haben wir aber ein Problem Aber ich könnte ein Taxi oder ein Krankenwagen rufen Nein, 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 so lange kann ich nicht warten, hilf mir bitte Na gut, keiner soll behaupten können, Sheldon Lee Cooper hätte eine Jungfrau in Nöten im Stich gelassen Das sagt ja auch keiner, gehen wir Tja, Ironie des Schicksals, jetzt werden wir womöglich wegen fehlender Klebeenden für 99 Cent in den Trümmern eines brennenden Wagens umkommen Wie schade, dass Penny arbeiten muss, sie steht auf Camping Das ist wirklich schade Er hätte Sex im Zelt und ich hätte zugesehen, wie Hau das mit einem Gattus treibt Also, hier kommt der Lagerbericht Es stehen noch an acht anderen Stellen Zelte, überwiegend Wissenschaftsnerds wie wir Aber gleich hinter jenem Kamm kämpften zwei nicht unattraktive Lehrerinnen, die geradezu nach Verzweiflung stinken Wow, fantastisch, wie alt sind sie? Keine Ahnung, 50, 55? Ah, Minopause Die Geburtenkontrolle der Natur Na, hört mal so dringend, werdet ihr es doch nicht nötig haben Ich schon Ja, ich schon Sie haben die selbstgebackene Kekse geschenkt Klar, das machen Großmütter ebenso Äh, worauf warten wir eigentlich noch? Entspann dich, ich hab gesagt, wir kommen später vorbei, wenn Sie sich ausgeruht haben Gute Idee, dann haben Sie wieder Energie Ja, ein Keks Mh, danke Mh Mh, gar nicht mal schlecht Ja, echt lecker Jetzt erzähl doch mal was über das Wein Was soll ich sagen? Sie haben einen bunten VW-Bus und tragen Grateful Dead Bartek T-Shirts Mh Mh Leckere Kekse Mh Organisationstechnisch betrachtet ist das hier das absolute Chaos Welches unter Höschen trägst du montags? Höschen brauche ich nicht, nur Shorts und ein T-Shirt Aber meine Mutter hat immer gesagt, man soll saubere Unterwäsche tragen, weil man einen Unfall haben könnte Ja, aber ich hatte schon einen Unfall Was einen weiteren Unfall nicht ausschließt Ganz besonders, wenn ich fahre Kleidung, Sherden, ich will was anziehen Ist ja gut Hier Echt? Diese Shorts zu dem Top? Na gut Nein 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 Das ist süß Vielleicht hast du ja auch eine Gehirnerschütterung Okay, jetzt musst du mir beim Anziehen helfen In Ordnung Aber nicht gucken Nicht gucken? Ich will nicht, dass du mich nackt siehst Ach so, das ist nachvollziehbar Es wird dich möglicherweise interessieren, dass das Verbot des Hinsehens einen festen Platz in der Heldenmythologie hat Lot und sein Weib, Perseus und Medusa, Orpheus und der Rüdike Ganz toll Sie sahen alle hin und es ging nie gut aus Gut Jetzt hilf mir, meinen Arm in den Ärmel zu kriegen Okay Ist das mein Arm? Fühlt sich nicht an wie ein Arm Dann nimm deine Hand da raus Ist mir recht Sind die Sterne nicht schön? Hoch über der Welt im Himmelreich sind sie kleinen Diamanten gleich Das ist wirklich wunderschön Du solltest das aufschreiben, bevor das jemand klaut Wann kommen die Meteore endlich her? Die Meteore kommen nicht her Die Erde bewegt sich durch ihre Bahn Ich fühle es Ich fühle, wie die Erde sich bewegt Sie bewegt sich zu schnell Ratsch, sofort anhalten So, wie ist es jetzt? Besser, danke Die Sterne sind so schön, oder? Worüber lachst du? Über den komischen Akzent Alles, was ihr sagt, klingt dämlich Die Sterne sind so schön, oder? Nur fürs Protokoll sollte ich dir sagen Dass ich gleich das erste Mal mit einem echten Kraftfahrzeug fahren werde Hast du einen vorläufigen Führerscheid? Ja Und ich habe eine beachtliche Anzahl von Stunden am Simulator verbracht Gut So gut lief es gar nicht Können wir jetzt bitte fahren? Noch einen Moment Meinem Fahrschullehrbuch zufolge ist der linke Außenspiegel erst dann richtig eingestellt Wenn ein Teil des Türgriffes der Fahrertür in der rechten unteren Ecke zu sehen ist Ah, das ist der Türgriff, wieder zurück zu weit Ich drehe ihn wieder zurück Optimal Und wo bitte ist der Schalter zur Einstellung des Spiegels auf der Beifahrerseite? Der ist da Wo ist der Spiegel der Beifahrerseite? In einem Parkhaus in Hollywood Können wir jetzt bitte fahren? Ja So wie ich meinen Sitz eingestellt habe Jetzt muss ich von vorn anfangen Wenn ich die Sprache der Hasen sprechen könnte Wären sie ziemlich überreicht und ich wäre ihr König Ich hasse meinen Namen Das Wort Nerd steckt darin Len Nerd Meine Unschuld wurde mir von meiner Cousine Jeannie geraubt Ich würde meine Hasen unter deinen gut behandeln Am Anfang Wisst ihr, was ein cooler Name wäre? Angelo Da stecken ein Engel und ein Cello drin Beim Begräbnis meines Onkels Murray Wir waren wieder bei meiner Tante Barbara zu Hause Und sahen uns über die gefielte Fischin weg tief in die Augen Wir hatten das niemals beabsichtigt Ich werde einen großen Ball für den französischen Präsidenten geben Aber diese Hasenbiester hassen mich und kommen nicht Das beschämt mich so, dass ich allen Salat der Welt auffresse Und sie müssen zusehen Alle Welt könnte mich Angie nennen Jo Angie, wie läuft's denn so? Auch heute noch fühle ich, wenn ich gefielte Fisch sehe Eine Mischung aus Erregung und Scham Oh, Cousine Jeannie Könntest du bitte etwas schneller fahren? Och, ich finde, dass wir schon schnell genug fahren Was ist das? Nichts, irgendwelche Geräusche im Motor Das kann aber nicht nichts sein Die Motorkontrollleucht ist an Wir sollten in eine Werkstatt fahren Nein, die brennt schon, solange das Auto mir gehört Dann sollten wir unbedingt mit einem Mechaniker reden, bevor es explodiert Es wird nicht explodieren Fahr einfach weiter Mit Warp-Geschwindigkeit, Mr. Spock Mr. Spock hat die Enterprise nicht gesteuert Er war Wissenschaftsoffizier Und ich garantiere dir Hätte er hier die Motorkontrollleuchte der Enterprise blinken sehen Wäre er mit dem Schiff sofort rechts rangeflogen Oh Gott, ich verliere sicher den Arm Da, die Ampel ist rot Runter vom Gas Und langsam auf die Bremse treten Erledigt Während wir warten müssen, möchte ich dir gerne eine Frage stellen Dann frag Wieso hast du dir das chinesische Schriftzeichen für Suppe rechts auf dein Hintern tätowieren lassen? Das heißt nicht Suppe, sondern Tapferkeit Nein, heißt es nicht Aber man muss sicherlich sehr tapfer sein, um seine Begeisterung für Suppe auf diese Weise zu demonstrieren Wie konntest du das sehen? Du wolltest doch nicht gucken Entschuldige, ich hab dir doch gesagt, dass der Held immer schmult Ist noch was da? Nein, das war der letzte Pudding welcher Nein Ich nehm auch die Tortilla Chips Die hat er als Löffel für seinen Pudding genommen schon vergessen? Genau, das war echt lecker Die Brise Salz rundet erst den Geschmack ab Warte, 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 was ist das? Wir haben nichts mehr zu essen Hier sind nur noch blaue Eisbeutel drin Ich weiß, sie sind giftig, aber sie sehen aus wie super leckeres blaues Wassereis Oh Gott, ich hab so einen Hunger Ich auch Sieh doch mal nach, ob noch mehr Pudding da ist Gute Idee Ist ja gut, sie müssen doch nicht gleich auf mich losgehen Diese anscheinend grundlos gereizte Schwester an der Anmeldung hat mir versichert, dass du gleich nach dem Mann mit dem angeblichen Herzinfarkt dran bist, dem es aber gut genug geht, um auf seinem iPhone Doodle Jump zu spielen Wir müssen das hier ausfüllen Beschreiben Sie die Krankheit oder Verletzung? Die rechte Schulter ist ausgekugelt Ja gut Beschreiben Sie den Unfallhergang Das weißt du doch schon Unfallursache? Das Fehlen von Klebeenden Okay, Krankengeschichte, wurde bei Ihnen jemals Diabetes diagnostiziert? Nein Eine Nierenkrankheit? Nein Migräne? Krieg ich gerade Sind Sie zur Zeit schwanger? Nein Sicher? Du wirkst da aufgedunsen Kreuz bei Migräne, ja an Wann hatten Sie Ihre letzte Monatsblutung? Oh, nächste Frage bitte Ich schreibe gegenwärtig Okay Wir kommen zu den psychiatrischen Störungen Erzählen Sie die wichtigsten Diagnosen auf wie Depressionen, Angstzustände etc. Verdammt nochmal, was hat das mit meiner dämlichen Schulter zu tun? Anfälle von unterdrückter psychotischer Wut Arsch Eventuell Tourette Muttermale, Läsionen oder andere Hauterkrankungen Such ein Tattoo-Gesäß rechtzeitig Okay, Sherden, Sherden, weißt du, ich hab Angst und große Schmerzen Könntest du bitte mal nicht du sein, nur für eine Minute und, wie soll ich es sagen, mich einfach mal trösten? Tut mir leid Na, na Alles wird bestimmt wieder gut Ein Schelden ist ja da Danke, jetzt geht's mir schon besser Oh, ich hab so einen Hunger Halt den Mund, wir haben alle tierischen Hunger Also, wir haben es auf das Pfadfinder-Camp im Osten abgesehen Ein leichtes Ziel, dicklicher Leiter, ein paar Bengel, alle ein bisschen verpeilt Wonach genau suchen wir? Hot Dogs, Brötchen, Marshmallows, was auch immer, das ist wie ein Supermarkt Auf geht's, schnappt euch die Taschenlampen Oh mein Gott, ist das möglich? Ja, meine Mutter hat mir ein Hauptisch-Lieb-Braten in den Rucksack getan Los, her mit den Gabeln Brauchen wir nicht, er ist so zart, dass er in die Hand zerfällt Er hat recht Ich hab das Gefühl, wir haben irgendwas Wichtiges vergessen Ich auch, aber was? Vielleicht ist es eine Vorschein-Box mit Röstkartoffeln und Karotten Denk bitte dran, du hast sehr starke Schmerzmittel und ein Muskelrelaxanz bekommen Also, bedien bitte keine schweren Maschinen Und verschluck dich nicht an deiner eigenen Spucke Warte, du musst mich ins Bett bringen Scherben, bring mich ins Bett Was ich das hier zu dir sagen würde, hast du nicht geahnt Ja Der Charme deiner drogenindizierten Offenherzigkeit kennt keine Grenzen Weißt du, alle halten dich für diesen verschrobenen Roboter, der allen auf die Nerven geht Und das ist ja auch tatsächlich so Aber dann bist du wieder wie Wally am Ende des Films Ganz liebevoll und rettest eine Pflanze Und holst fette Menschen aus ihren aufblasbaren Sesseln Diese Metapher ist wirklich weit hergeholt, aber ich weiß die gute Absicht zu schätzen Sing das Katzentanzlied für mich Das Katzentanzlied ist für Kranke, du bist nicht krank Ich bin verletzt und stehe unter Drogen, das ist zu ähnlich Guck, die Katze tanzt für sich allein, tanzt auf ein... Warte, warte Wir singen es im Kanon, ich fang an Guck, die Katze tanzt für sich allein, tanzt auf einem Bein Hier setzt du ein, ich fang nochmal an Guck, die Katze tanzt für sich allein, tanzt auf einem Bein Ich hab die ganze Nacht Zeit scherden Guck, die Katze tanzt für sich allein, tanzt auf einem Bein Guck, die Katze tanzt für sich allein, tanzt auf einem Bein Das ist gar nicht komisch Das ist gar nicht komisch Außerdem war sie meine Großcousine Außerdem war sie meine Großcousine Du bist ein echter Idiot Und du hast mit deiner Cousine geschlafen Und du hast mit deiner Cousine geschlafen Also, zwei Jahre danach klopft es an der Tür Der Typ macht auf und da sitzt auf der Türschwelle die Schnecke und sagt Was war das denn gerade eben? Ich verstehe den Witz nicht Also die Schnecke hat zwei Jahre gebraucht, um... Nicht so wichtig Kann ich dich was fragen? Klar Wie soll's zwischen uns weitergehen? Um ehrlich zu sein, hoffe ich auf ein leichtes Fummel Ich finde dich witzig Du wärst ein guter Stand-Up-Comedian Ein jüdischer Stand-Up-Comedian, das wär was ganz Neues Also ich dachte, die meisten von denen wären sogar Juden Nein, ich wollte bloß Waffersatz Weißt du, Howard, dies ist unser drittes Date und wir wissen, was das bedeutet Was denn? Sex Tatsächlich Aber ich wüsste gern, was du willst Einen One-Night-Stand oder eine Beziehung, Howard? Okay, hier gibt es doch nur eine korrekte Antwort, richtig? Ist es nicht wie Hühnchen oder Sandwich im Flugzeug? Vielleicht solltest du erst drüber nachdenken Weißt du, ich denke, aus einem One-Night-Stand entwickelt sich öfter sowas wie eine Beziehung Ruf mich an, wenn du's weißt Drei Dates bedeuten Sex? Sieh an Seid gegrüßt, Kumpels Kumpeline Wieso kommst du denn so früh zurück? In der Liebe und auch im Show-Business ist es klug, wenn man sich rar macht Und was heißt das übersetzt? Sie lässt ihn nicht ran Hey, wusste einer von euch, dass man nach drei Dates mit derselben Frau einen Anspruch auf Sex hat? Ich hatte noch nie drei Dates mit derselben Frau Bei Penny und mir dauert es zwei Jahre Allerdings hatten wir auch bloß drei Dates in diesen zwei Jahren Na schon, also bevor du mit Penny zusammen warst Hat sie da gesagt, sie will etwas Festes? Nein, das hat sie nicht Penny ließ alle Optionen für sich aufmachen Ich habe euch etwas zu sagen Aber aus Rücksicht auf die Regeln des Anstandes lasse ich euch eure Unterhaltung zu Ende führen Worüber redet ihr überhaupt? Wieso es heutzutage üblich ist, dass man nach drei Dates Sex hat? Ich verstehe Und versteht ihr unter Date ein romantisches Rendezvous oder eine Art zwangloses Treffen? Vergiss es, was wolltest du uns mitteilen? Oh gut, ich bin dran Also, es ist schrecklich aufregend und ihr seid die Ersten, die es von mir erfahren werden Hey Cooper, du bist nächste Woche im Radio bei Aira Flatow von Science Friday Danke, Kripke, dass du mir die Möglichkeit nimmst, diese Neuigkeit meinen Freunden selbst mitteilen zu können War mir eine Freude Mein Dank war ironisch gemeint Hm, mein war mir eine Freude nicht Ich hab da mal eine Frage Seit wann muss das National Public Radio auf solche Vollnerds wie dich zurückgreifen? Nein, das war eine rhetorische Frage Wie kann ein Studierter nur so blöd sein? Das war auch eine rhetorische Frage Tut mir leid, dass sie das hören musste Und du wirst tatsächlich im Radio sein? Ja, sie interviewen mich telefonisch in meinem Büro in Hinsicht auf meine jüngst erfolgte Beinahe Entdeckung von magnetischen Monopolen im Spin-Eis Es ist Spendenwoche und sie wollen die Einschaltquoten durch Kontroversen in die Höhe treiben Echt cool, ich gratuliere dir Danke, meine Mutter ist schon ganz aufgeregt Sie hat ihren Bibelkreis eingeladen und sie beten gemeinsam für meine Seele Ich war auch schon im Radio Ich muss sicher gehen, dass sie so einfach sind, dass auch die weniger Gebildeten unter den Zuhörern sie verstehen Howard liest dir das durch und sagt mir, was noch unklar ist Entschuldige mal, ich habe ein Master in Ingenieurwesen vom Massachusetts Institute of Technology Dieser fordert 144 abgeschlossene Studieneinheiten und eine Diplomarbeit Ja Lies dir das durch und sag mir, was noch unklar ist Dich zwingt keiner, Sheldons Hausaufgaben zu erledigen, Howard Es würde besser, du lässt das, sonst stehen wir alle noch dumm da Hi Jungs Hallo Hallo Du auch, Ratsch, rede mit mir Ach, vergiss, es war nur ein Scherz Hey, Howard, wieso rufst du eigentlich nicht Bernadette an? Sollst du mich das fragen? Ja, sie hat seit einer Woche nichts von dir gehört, ich dachte, sie gefällt dir Ist ja auch so, aber sie sucht etwas Festes und vielleicht ist sie gar nicht mein Typ Sie ist unentgeltlich mit dir ausgegangen, was willst du denn noch? Na, Bernadette ist wirklich nett, ich denke allerdings, dass sie als feste Freundin nicht so in Frage kommt Da brauche ich vermutlich jemand anderes Inwiefern? Na ja, jemand wie Megan Fox aus Transformers Oder Katie Sarkoff aus Battlestar Galactica Hast du gekifft? Du hättest mehr Chancen bei der dreibrüstigen Nutte vom Mars aus Total Recall Hey, jetzt wirst du aber unrealistisch Weil der Film ist über 20 Jahre alt, ich fürchte ihre Glocken hängen schon auf dem Bauch Howard, du verzichtest auf so eine tolle Frau wie Bernadette, weil du an einer lächerlichen Fantasie festhältst? Hey, du begnügst dich ja augenscheinlich auch mit weniger als du willst, so wie ich Na, hör mal, ich bin noch hier Hey, ich begnüge mich nicht mit Lennart, ich meine normalerweise date ich schon eine andere Kategorie Jungs So rein physisch gesehen Hallo, ich bin immer noch hier Mir sind innere Werte nun mal wichtiger und mich interessiert der Mensch hinter der Fassade Ich bin noch hier, siehst du mich? Hey, ich finde es auch wichtig, was in jemandem steckt Aber was ist falsch daran, wenn die inneren Werte hübsch verpackt sind In, sagen wir, das köstliche Karamell von Halle Berry Ja, du hast auch einen köstlichen Karamell, da Na schön, ich sag dir, was falsch daran ist Entschuldigt mal, darf ich etwas sagen? Was? Biologisch betrachtet ist Howard durchaus berechtigt, sich die ideale Frau für die optimale Verbreitung seiner Gene zu suchen Danke, Chef Ob diese Verbreitung allerdings im Sinne der Menschheit ist, ist natürlich eine ganz andere Frage Hier ist Ira Fleto und Sie hören die Sendung Science Friday Unser heutiger Gast ist Dr. Sheldon Cooper, der sich telefonisch aus einem Büro in der Zulina an Aliformien meldet Oh, das wird echt scharf Schön, dass Sie heute bei uns sind, Dr. Cooper Mit Vergnügen, Ira Lassen Sie uns über magnetische Monopole sprechen Können Sie unseren Zuhörern erklären, was ein Monopol eigentlich ist? Natürlich Zuerst stellen Sie sich einen ganz gewöhnlichen Magneten vor, der, wie sogar die Ungebildetsten unter Ihren Hörern wissen dürften, zwei Pole hat Einen Nord- und einen Südpol Und wenn Sie diesen halbieren, finden Sie zwei kleinere Magneten mit Ihren eigenen Nord-Norden und Südpolen Äh, Dr. Cooper, ich fürchte, wir haben ein Problem mit unserer Verbindung Nein, ich höre Sie sehr gut Wie ich schon sagte, ein gewöhnlicher Magnet hat zwei Pole Die primäre Charakteristik eines Monopols ist, dass dieser nur einen Pol hat, deshalb Monopol Eine Voraussetzung des Trink- oder auch M-Theorie, wenn Sie so wollen, ist die Existenz derartiger Monopole Ich habe auf der Suche nach solchen Partikeln selbst eine Expedition zum Polarkreis geleitet Köpke, ich habe die Heliumdüse gefunden, ich werde dich umbringen Wie schön, dass du heute Abend Zeit hattest Du siehst so toll aus wie immer Danke, Howard, ich bin nichts lieber als deine Masturbationsfantasie Ich bitte dich, Katie, so wie du es ausdrückst, klingt es billig Tut mir leid, es zeugt von Klasse, in der Badewanne Hand an sich zu legen Danke Also, sollen wir dann anfangen? Gern, aber kann ich dir erst eine Frage stellen? Ja, spielen wir Zylone-Kolonist? Nein, ich wüsste gern, warum du von mir fantasierst, obwohl eine richtige Frau hier sein könnte Du meinst Bernadette? Nein, ich meine Prinzessin Lea Natürlich meine ich Bernadette, sie ist eine wundervolle Frau und sie hat dich wirklich gern Ich weiß, aber sie ist nicht du Ich bin ein Trugbild Mein wahres Ich ist in Beverly Hills und hat einen Freund, der reich, groß und sexy ist Tatsächlich groß? 1,90 Oh Na hör mal, du kennst eine reizende Frau, die dich gern hat und ignorierst sie Stattdessen verbringst du deine Zeit in der Wanne mit Masturbationsfantasien und Seifenschau Howard Was treibst du da drin? Ich nehme ein Bad Ich hoffe, das ist alles Ich benutze nämlich die gleiche Badewanne Ja, ich weiß, Mutter Oh, Mist Überall schau und trotzdem geht nichts Wie geht's dir, mein Freund? Ich wurde öffentlich ausgelacht und diskreditiert, was denkst du, wie's mir geht? Aber so schlimm war's auch nicht Was wollt ihr hier? Wir verkörpern die lustigen Gartenzwerge und wir wollen dies Okay, also Kripke hat ja einen dummen Streich gespielt Es war nicht lustig Ich fand es lustig Ratsch Du hast auch gelacht Auch du hast gelacht Ich hab mich gekugelt Gut, er hat dich reingelegt, zahle es ihm Heimscherden Ich weigere mich auf sein Niveau zu sinken Du kannst nicht sinken Das ganze Helium in dir lässt dich höchstens davonfliegen Du lässt das doch nicht auf dir sitzen Ich zahle es Kripke schon heim Gut Abgesehen davon werde ich dieses Bett nie wieder verlassen So viel steht fest Wenn du es Kripke heimzahlen willst, denk dir doch was noch Gemeineres aus Das wird wohl gar möglich sein Tolle Hilfe Hey, ich wollte mich hier bloß amüsieren Sheldon, du solltest einen Weg finden, um dich an Kripke zu rächen Ganz im Ernst So wie der Joker sich schon mal an Batman gerecht hat, weil dieser ihn ins Arkham Asylum für Straftäter steckt Ja, und er heulte da nicht vor den anderen Psychokranken wegen seiner Gefühle Er brach aus, um Gott ums Wasser zu vergiften Vielleicht Vielleicht vergifte ich einfach, Kripke Nein, nein Es wäre ganz einfach Ich kenne toxische Chemikalien, die bei einer Autopsie nicht nachweisbar wären Okay, ähm, das ist zwar ein Plan, aber, ähm, versuchst doch erst mit einer weniger tödlichen Strategie, um dich zu rächen Oh Wie wär's, wenn wir ihm ein Furzkissen auf den Bürostuhl legen? Dann denken doch sofort alle, er hätte Blähungen, wenn er sich hinsetzt Überlegen wir weiter Den hab ich auch gesehen Hast noch was? Den Gin Tonic, bitte Oh, du kommst zu spät, Howard Scarlett Johansson und Wonder Woman waren gerade hier und wollten neurotische kleine Wiesel aufreißen Ich komme wegen Bernadette, sie arbeitet doch heute, oder? Ja, aber ich fürchte, sie will dich nicht sehen Wieso nicht? Ich bitte dich, Howard, du hast sie verletzt, weil du nicht angerufen hast Abgesehen davon hab ich schlimm über dich gesprochen Hallo, Howard Warte, Bernadette, ich muss dir was sagen Du siehst doch, ich hab zu tun Es dauert nur eine Sekunde Du hast mich doch gefragt, was ich von dir will Und jetzt weiß ich es Ganz genau Bernadette Willst du meine Frau werden? Ist das wieder ein Witz, den ich nicht verstehe? Nein, ich meine es ernst Ich werde nie wieder eine so tolle Frau wie dich finden, die mich gern hat und auch noch real ist Es ist also kein Scherz? Nein Dann hast du einen Knall Ich bin nicht verrückt, nur ein bisschen eigen Howard, wir hatten bisher nur drei Dates Und noch nicht mal Sex hatten wir Das lässt sich ändern Wann hast du Pause? Wow Das ist echt ätzend, wenn sowas passiert Wow Na, also, wie findet ihr das als Mittel zur Rache? Eine Lösung aus Wasserstoffperoxid und eine andere aus gesättigtem Kaliumiodid Was ist das? Meine Limonade Ah, das erfrischt So, als nächstes kombinieren wir diese Chemikalie mit gewöhnlichem Geschirrspülmittel Und verursachen so eine exothermische Sauerstofffreisetzung Gut schäumende Rache Ja, allerdings Das ist brillant, Schau Wie kriegen wir das Zeug aber in Kripkes Büro? Das habe ich schon ausgeklügelt Seht mal her Das ist eine Liveaufnahme von Kripkes Labor Von einer kleinen Webcam, die ich glücklicherweise dort dank eines in die Brusttasche des Nachtwächters wandernden Geldscheins anbringen konnte Und gleichzeitig platzierte ich größere Mengen dieser Chemikalien auf den Platten, die seine tiefer hängende Zwischendecke bilden Oh, Sheldon Du erinnerst mich an den jungen Lex Luthor Sie schmeicheln mir, Sir Lass mich raten, Bewegungssensoren Ja, die Reaktion wird sofort ausgelöst, wenn Kripke total nichtsahnend hereinkommt Mua-ha-ha Also ehrlich, ich bin äußerst beeindruckt Das ist wirklich eine Sheldon-Cooper-Art, sich zu rächen Es mag nicht mehr zeitgemäß sein, aber das Furzkissen hat immer noch eine komische Wirkung Da kommt Kripke Wer sind diese Leute? Ich glaube, das ist der Universitätspräsident Oh, der gesamte Vorstand Abbrechen, abbrechen Ich kann es nicht abbrechen Wieso hast du die Funktion nicht eingebaut? Ich hab's nicht eingeplant, okay? Ich bin mir sicher, der Vorstand weiß zu schätzen, wie wir die NSA-Fördermittel nutzen, Präsident Siebert Das ist der mikrogesteuerte Platt Wow, sieht aus wie der Gang ist am Waschtag Wenigstens wissen Sie nicht, dass du es warst Hallo Kripke Hallo Kripke Hallo Kripke Diese klassische Post ist ein Werk des brillanten Verstandes von Sheldon Cooper Wenn du sehen willst, wie dumm du aus der Wäsche guckst, dieses Video wird eben gerade bei YouTube hochgeladen, Kripke Oh, und ein großes Kompliment an Leonard Hofstetter und Rajku Trafali, die mich bei dieser Unternehmung unterstützt und ermutigt haben Ich fliehe wohl nach Indien, was ist dein Plan? Hey, dein Trinkgeld von Tisch 7 Oh, danke Test, 1, 2, 1, 2 Oh, was ist denn jetzt noch? Ich schmeiß ihn raus, wenn du willst Nein, das geht doch nicht Na klar, der ist doch ein halbes Hemd Den kann ich sogar in hohem Bogen rauswerfen Dieser Song ist für ein tolles Mädchen, dem ich leider Unrecht getan Bernadette I am so sorry for Trying to propose to you Bernadette You found it creepy But that's just the kind of thing I do Oh, I know now it was too soon to talk of love It was just a crazy idea that came to me in my tub But burn it out, get around One more chance We burn it out I get up the head of the steel they call romance We burn it out I dream to once again kiss your lips We burn it out Sincerely yours I would wallow wet Oh, es tut mir schrecklich leid Machst du Witze? So etwas Romantisches hat ganz ehrlich noch nie einer für mich getan Turn it out Danke Cheesecake Factory Thankfully We're going to haine Three Three Four Two Three 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 One Yin Hey, Lennart, sieh mal genau hin. Lennart, sie hat das erneut getan. Ich fürchte, es verärgert Sheldon, wenn du mit dem Essen spielst. Nein, es verärgert Sheldon, wenn sie es einfach so aus dem Behältnis nimmt, ohne dabei die Notwendigkeit einer gerechten Aufteilung zu berücksichtigen. Genau deswegen hungern die Menschen in Indien. Warum lese ich eben zurück ins Behältnis? Lennart, es verärgert Sheldon, wenn du mit Sheldon spielst. Was geht, meine Nerdlinge? Rat, Sheldon, ich möchte euch meine Freundin vorstellen, Bernadette. Hallo, Lennart, Penny, ihr kennt ja meine Freundin Bernadette. Ja, hey. Hallo. Bernadette, sag Hallo, Drio, zu meiner Hallo, Drian. Nein, das kann ich nicht. Das klingt bei Howard irgendwie viel cooler. Ach, ich hoffe, es ist euch recht. Ich habe meine Freundin Bernadette gesagt, sie könnte mit uns essen. Na klar, je mehr, desto besser. Warte, nein, diese Annahme ist falsch. Direkte Proportionalität trifft hier nicht zu. Wenn sich in dieser Wohnung jetzt 2000 Menschen aufhalten würden, würden wir austicken. Nein, wir würden ersticken. Sheldon. Nein! Nein! Was? Also, da kannst du nicht sitzen. Wieso nicht? Weil da Sheldon sitzt. Kann er denn nicht woanders sitzen? Oh nein, nein, weißt du, im Winter sitzt er da dicht genug an der Heizung, um nicht zu frieren, aber dann auch wieder nicht so nah, dass er schwitzt. Im Sommer weht genau da ein laues Lüftchen. Weil die sich gegenüberliegenden Fenster geöffnet sind. Von diesem Platz aussieht Sheldon schräg auf den Fernseher, so dass er sich mit allen unterhalten kann, aber nicht so schräg, dass das Bild verzerrt wird. Ach, dreck. Vielleicht besteht für dich ja doch noch Hoffnung. Oh, deine Schuhe sehen toll aus. Oh, danke, ich mag sie auch total gern. Wo hast du die gekauft? In dem neuen Schuhladen. Da wollte ich schon lange mal hingehen. Oh, tolle Auswahl, tolle Preise. Meine Mutter hat recht, die Hölle existiert. Ach, Sheldon, lass die Vibesbilder doch schnattern. Vibesbilder? Mädels? Tossis? Utero-Amerikaner? Es einfach weiter. Nimm ihn doch bitte nicht zu ernst. Seine Bemerkungen sind oft als Scherz gemeint. Naja, also mein Humor trifft es nicht. Meinen auch nicht. Aber er strahlt vor Glück, wenn ich lache. Hauert, als sie so fest du kannst. Äh, Lennart, du betreibst also Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Quantenmechanik? Das mache ich. Interessierst du dich für Physik? Sie ist faszinierend. Wenn ich mich nicht für Mikrobiologie entschieden hätte, dann sicher für Physik. Oder Eistanzen. Ich führe ein paar interessante Untersuchungen des quantenmechanischen Interferenzeffekts nach Aharon auf Bohm durch. Gerade teste ich die Phasenverschiebung durch elektrisches Potenzial. Das ist beeindruckend. Ja, Lennarts Arbeit ist fast so beeindruckend wie die eines Drittklässlers, der Limabohnen auf nassem Küchenpapier zieht. Wie schön, dass du meiner Auffassung teilst, dass das absoluter Mist ist, aber dein feuchter Atem in meinem Ohr ist mir unangenehm. Hast du vor, elektrische Spannung mithilfe von Tunnelkontakten zu erzeugen? Ja, das habe ich. Ich zeige dir gerne eine Simulation auf meinem Laptop. Oh ja, unbedingt. Das Aufregendste, womit ich es in der Mikrobiologie zu tun habe, ist Hefe. Howard? Ja? Deine Schuhe sind hinreißend. Wo hast du die gekauft? Was? Reingelegt, ist mir doch egal. Aha, schluck mal den Staub, du schnauzbärtiger Italo-Klempner. Das ist nicht fair, da stand ein Baum im Weg. Deine Kuh und ein Pinguin. Sie ist ein Mann, egal ob richtiges oder virtuelles Auto, du kannst nicht fahren. Alles nur eine Frage der Übung. Was dir fehlt, sind ein paar Tricks, gute Motorik und ein Flaschengeist, der kleinen Jungs, die bei Mario Kart versagen, drei Wünsche erfüllt. Hey, Sheridan, können wir uns kurz unterhalten? Nur wenn es nicht um Schuhe dabei geht. Das ertrage ich nicht schon wieder. Es geht nicht um Schuhe. Dann sprich. Ähm, können wir auch unter vier Augen sprechen? Natürlich. Geh weg. Ja, es ist unhöflich, aber sie will mich allein sprechen. Danke, Ratsche. Also es geht um Folgendes. Ich hab mich gefragt, ob du mir ein klein wenig Physik beibringen könntest. Ein klein wenig Physik? Ja. So etwas gibt es nicht. Physik beinhaltet das ganze Universum, von den Quantenpartikeln bis hin zu den Supernovae, von den Kreiselelektronen bis hin zu den kreisenden Galaxien. Ja, okay, cool. Ich wollte keine Wissenschaftssendung. Ich möchte nur so viel wissen, dass ich mit Lennart über seine Arbeit reden kann. Genauso wie Bernadette. Dann lern es doch von Lennart. Das soll eine Überraschung werden. Kannst du ihn nicht irgendwie anders überraschen? Er wäre zum Beispiel sicher sehr angenehm überrascht, wenn du deine Wohnung putzen würdest. Ach, bitte, Scherben, das ist wichtig für mich. Penny, das wäre ein gigantisches Vorhaben und meine Zeit ist sowohl begrenzt als auch kostbar. Du sitzt hier den ganzen Tag rum und spielst Videospiele. 1 zu 0 für dich. Was für Grundlagen hast du überhaupt? Hattest du denn naturwissenschaftlichen Unterricht in der Schule? Klar doch, ich hatte den mit den Fröschen. Den mit den Fröschen? Ja, das war eigentlich ganz cool. Viele von den Mädchen mussten kotzen, aber ich habe das Ding eiskalt zerlegt. Wirklich, Penny, ich fürchte, das wird nichts. Ach, bitte, jemand, der so klug ist wie du. Das wird eine Herausforderung. Du könntest daraus ein Experiment machen. Interessant. Ich nehme an, wenn jemand Coco dem Gorilla die Zeichensprache beibringen konnte, kann ich dir vielleicht die Grundlagen der Physik aufzeigen. Toll. Ein wenig kränkend, aber toll. Ich bin Coco. Unwahrscheinlich, Coco konnte 2000 Wörter verstehen und keins davon hat auch nur im Entferntesten etwas mit Schuhen zu tun. Hey Leute, das ist meine Freundin Bernadette. Meine Freundin Bernadette. Wer sind all die Menschen? Keine Ahnung. Hey Lennart. Hi. Na, wenn das mal nicht hauert und seine Freundin Bernadette sind. Ich dachte, ich zeig dir klein mal das alte Salzbergwerk. Er meint gar nicht Salzbergwerk. Er meint seinen Arbeitsplatz. Ja, jetzt verstehe ich es auch. Wie kommst du mit deinem Experiment voran? Ach, ziemlich gut. Wir installieren gerade den Elektronenbeschleuniger. Übermorgen müssten wir soweit sein. Mann, das würde ich ja echt gern sehen. Du kannst vorbeikommen. Wirklich? Das wäre fantastisch. Ist das nicht aufregend? Die Chanukah im Juli. Da findet das statt? Nein. Oh, du hast mich schon wieder reingelegt. Das ist kein fettarmer Joghurt. Der ist fett, fetter am fettesten. Entschuldig mich. Nachher, bringst du mir noch eine Serviette mit Süße? Na klar. Danke, Schatz. Also, was hast du vor? Was meinst du? Du lädst meine Freundin ein, sich deinen Elektronenbeschleuniger anzusehen? Ja, und? Wow. Du bist ein echtes Mistschwein. Nicht genug, dass du die Beikönigin gekriegt hast. Jetzt sammelst du also auch noch einen bunten Strauß Mauerblümchen? Wovon redest du denn überhaupt? Mir musst du hier nicht den Unschuldigen vorspielen. Raffinierte Laborausrüstung zur Verführung von Frauen einzusetzen ist ja quasi meine Erfindung. Hat es jemals funktioniert? Bisher nicht, aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Howard, krieg dich wieder ein. Ich will nichts von deiner Freundin. Das hoffe ich auch. Du willst doch bestimmt keinen Ärger mit mir. Ich bin verrückt. Bin ganz deiner Meinung. Forschungstagebuch, erster Eintrag. Ich stehe vor einer der ganz großen Herausforderungen meiner wissenschaftlichen Karriere. Penny für Sieg beizubringen. Ich nenne es das Gorilla-Projekt. Hey, Schauden. Komm rein. Setz dich hin. Versuchsperson ist eingetroffen. Meine Begrüßung war freundlich und beiläufig. Können wir anfangen? Ein Moment. Versuchsperson wirkt ausgeruht und enthusiastisch. Unwissenheit ist ganz offenbar ein Sieg. Also dann, lass uns anfangen. Wo ist dein Notizblock? Ähm, ich hab keinen. Wo schreibst du deine Notizen hin, wenn du keinen Notizblock hast? Wozu brauche ich Notizen? Wie willst du denn sonst für die Tests lernen? Ich schreibe einen Test. Tests. Hier, der entspricht dem College-Standard. Das musste ich nicht entmutigen. Vielen Dank. Gern geschehen. So, Einführung in die Physik. Was ist Physik? Physik wird von dem altgriechischen Wort Physike abgeleitet. Jetzt solltest du langsam anfangen, dir etwas zu notieren. Physike bedeutet die Wissenschaft von den natürlichen Dingen. Und genau dort, im antiken Griechenland, soll unsere Geschichte beginnen. Antikes Griechenland? Schst, melde dich, wenn du Fragen hast. Es ist ein warmer Sommerabend, circa 600 vor Christus. Du bist zum Einkaufen auf dem Markt oder der... Agora. Und du siehst hinauf zum nächtlichen Himmel. Und da, einige der Sterne scheinen sich zu bewegen. Und deswegen nennst du sie Planeten oder Wanderer. Ja, Penny? Ähm, hat das irgendwas zu tun mit dem, was Lennart macht? Das ist der Beginn einer 2600 Jahre währenden Reise. Angefangen von den alten Griechen und Isaac Newton, Nils Bohr und Erwin Schrödinger bis hin zu den deutschen Forschern, die Lennart gerade plagiiert. 2600 Jahre? Ja, mehr oder weniger. Wie gesagt, es war ein warmer Sommerabend im antiken Griechenland. Ja, Penny? Darf ich bitte mal aufs Klo? Kannst du damit nicht warten? Keine 2600 Jahre. Das Gorilla-Projekt, zweiter Eintrag. Ich bin erschöpft. Howard? Was? Ja? Der Verschluss ist vorne. Oh, das erklärt einiges. Howard, ich bin zu Hause. Oh, ja, klar. Der Fitnesskurs für Senioren ist ausgefallen. Man kann es anscheinend doch verlernen, Fahrrad zu fahren. Mir geht's gut. Aber Sam Harputian hat ganz schön Staub geschluckt. Das ist ja toll, Ma. Was ist denn daran toll, wenn sich ein 80-jähriger Armenier sein halbes Kind abschirbt? Ich glaub, ich geh dann lieber. Nein, bleib, wo du bist. Hey, Ma, können wir heute Abend nicht Lamm-Ragout essen? Lamm-Ragout? Dann muss ich ja nochmal in den Supermarkt gehen. Bitte, ich hab so eine Lust darauf. Oh, ich kann einfach nicht Nein zu meinem kleinen Grinsepo sagen. Ich bin bald zurück. Danke, Ma. Willst du die normalen oder Zuckererbsen? Immer Zuckererbsen zum Lamm-Ragout. Du hast recht. Wenn du recht hast, hast du recht. Und wenn sie keine Zuckererbsen haben... Dann hol die anderen! Ist ja gut. Du musst ja nicht gleich schreien. Tut mir wirklich leid. Oh. Ich stelle es mal auf Vibrieren. Ich bin schon am Vibrieren. Den hab ich verstanden. Robert, du hast mit Lennart über mich geredet? Na, was meinst du? Er schreibt, wenn ich morgen zu seinem Experiment komme, drehst du womöglich durch. Ach, wirklich? Das denkt er? Du bist doch nicht etwa eifersüchtig auf Lennart. Was, ich? Nein! Ich hab vielleicht erwähnt, dass es etwas unpassend ist, die Freundin eines anderen Mannes zu seinem Experiment einzuladen, ohne es vorher mit besagtem Mann zu besprechen, aber... Soll das heißen, ich brauche deine Erlaubnis, um mich mit Lennart zu treffen? Sowas würde ich doch nie sagen. Ich hab gesagt, Lennart muss mich um Erlaubnis bitten. Bleib hier, ich will kein Lambraco mit meiner Mutter essen. Verdammt, ich wär ganz nah am Herd. Und merkt ihr bitte, Newton erkannte, dass Aristotele sich geirrt hatte und dass Bewegung ohne Kraft fortbestehen konnte. Also setzen wir unsere 9,8 Meter pro Sekunde zum Quadrat für A ein und erhalten F für Kraft, Erdanziehung gleich Masse, mal Beschleunigung, also 9,8 Meter durch Sekunden zum Quadrat. Also sehen wir, dass MA gleich MG ist. Und was schließen wir jetzt da raus? Ähm, wir schließen da raus, dass Newton ein echter Überflieger war? Oh, hat er die Newton-Feigen erfunden? Nein, das süße Feigengebäck wurde nach einer kleinen Stadt in Massachusetts benannt. Halt, schreib das nicht auf! Entschuldige. Wenn also MA gleich MG ist, was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Was? Wieso weißt du das denn nicht? Ich hab's dir gerade gesagt. Hat dir kürzlich jemand auf den Kopf geschlagen? Hey, warum bist du so gemein? Tut mir leid. Hat dir kürzlich jemand auf den Kopf geschlagen? Nein, du kannst nur nicht unterrichten. Ach wirklich? Welche dieser beiden Erklärungen ist wohl wahrscheinlicher? Oh Gott. Ach, Schirn, ich versuche ja zu verstehen, aber du bist einfach zu schnell. Können wir bitte nochmal einen Schritt zurückgehen? Ach, na gut. Es ist ein warmer Sommer in der antiken Griechenland. Nicht so weit, Mann! Ach, ist ja gut. Ab welcher Stelle bist du nicht mehr mitgekommen? Ach, ich weiß nicht genau. Das mit dem nächtlichen Himmel, wo war das? Griechenland. Verdammt! Lass dich nicht entmutigen. Menschen lernen nun mal unterschiedlich schnell. Im Gegensatz zum freien Fall in einem Vakuum. Gleichung? M.A. ist gleich M.G. Hoch zwei? Nein. Aristoteles? Nein. Fünf? Oh, dann weiß ich es nicht. Wieso weinst du? Weil ich so dumm bin. Deswegen weint man doch nicht. Man weint, weil man traurig ist. Ich zum Beispiel weine, weil andere dumm sind. Denn das macht mich traurig. Gut, vergessen wir doch einfach das Ganze drumherum. Und jetzt verraten wir einfach, was macht Lennart ganz genau? Einverstanden. Lennart versucht herauszufinden, wieso sich subatomare Partikel so bewegen, wie sie es tun. Wirklich? Das ist alles? Das klingt gar nicht so kompliziert. Ist es auch nicht. Deswegen macht es ja Lennart. Okay, ich habe nur noch eine Frage. Was genau sind subatomare Partikel? Eine gute Frage. Danke. Um sie zu beantworten, müssen wir uns zunächst fragen, was ist Physik? Oh, bitte nicht. Es ist ein warmer Sommerabend im antiken Griechenland. Na, warte. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Was habe ich angestellt? Ich war im Bett mit Bernadette und dann hat deine SMS mich abgeblockt. Was? Wir waren vollkommen nackt und wollten gerade übereinander herfallen. Als... Du hast dir gesimmt, ich hätte ein Problem damit, dass ihr euch treffen wollt. Du hast ein Problem damit, dass wir uns treffen wollen. Ja, aber das kannst du ihr doch nicht so einfach sagen. Was hätte ich ihr denn bitte schön sagen sollen? Was weiß ich? Irgendwas, das mich nicht wie einen kleinlichen, eifersüchtigen Idioten dastehen lässt. Da fällt mir leider nichts ein. Bitte streng dich doch mal ein bisschen an. Hi Lennart. Komme ich zu spät zu deinem Experiment? Oh, hi. Hi. Was suchst du denn hier? Dasselbe wie du. Ich interessiere mich auch für Lennarts Experiment. Das tust du nicht. Du hast gesagt, Lennarts Experiment wäre dämlich. Ja. Du hast dir gesagt, mein Experiment wäre dämlich. Ich hab doch nur Schelden zitiert. Schweifen wir nicht vom Thema. Bernadette, ich muss mich bei dir entschuldigen. Es war falsch, dir vorzuschreiben, mit wem du befreundet sein darfst. Soll ich euch beide allein lassen? Nein, Lennart, du sollst das auch hören. Gut, ich hatte nämlich auch nicht vorzugehen. Weißt du, mir ist klar, dass ich irgendwie selbstsicher und weltgewandt wirke. Aber in Wirklichkeit bin ich das nicht. Wir sind schockiert. Deswegen neige ich dazu, mich von anderen Männern bedroht zu fühlen. Oder von lauten Geräuschen, Clowns und Nonnen. Aber mir ist klar geworden, wie kindisch das ist. Er hatte mal ne Panikattacke, weil er mit dem Kopf im Pullover stecken blieb. Der hatte immerhin einen Rollkragen. Wieso hilfst du mir eigentlich nicht dabei? Keine Ahnung. Möglicherweise bin ich ja verrückt. Dann bitte ich flehe dich an. Gib mir noch eine Chance. Was denkst du, Lennart? Verdient er noch eine Chance? Deine Entscheidung. Er hält ja nicht dein Experiment für den. Komm her, Grinsepo. Grinsepo, das landet bei Twitter und zwar auf der Stelle. Ratsch, du hättest Lennarts Experiment sehen müssen. Das Interferenzmuster war echt cool, während der Elektronenstrahl eingeschaltet war. Schön, dass es dir gefallen hat. Die wenigsten Menschen interessieren sich für meine Arbeit. Hm. Also eigentlich ist das nicht wahr, Lennart. Tatsächlich bin ich kürzlich zu dem Schluss gelangt, dass ich bei den Parametern deines Experiments der Transport der Elektronen durch die Öffnung der im Nano-Verfahren hergestellten Metallringe qualitativ nicht von dem in Deutschland bereits durchgeführten Experiment unterscheidet. Die dort beobachtete Phasenverschiebung der in den Metallringen diffundierenden Elektronen hat die elektrische Analogie zum Interferenzeffekt nach Aharonov-Bohm bereits eindeutig bewiesen. Das war alles, was ich weiß. Halt, wartet! Die Muton-Feigen verdanken ihren Namen einer Stadt in Massachusetts nicht dem Wissenschaftler. Die Muton-Feigen verdanken Ach, mir kommen immer die Tränen, wenn das Herz des Grinch wächst. Tränen sind aber auch angebracht. Die Verdickung des Herzmuskels, die hypertrophe Kardiomyopathie, ist eine ernste Erkrankung, die zu einer Herzinsuffizienz führen kann. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Hat es dir denn gar nicht gefallen? Nein, ganz im Gegenteil. Ja, ich halte den Grinch für eine sympathische Figur, mit der ich mich identifizieren kann. Ich stand durchaus hinter ihm, bis zu dem Punkt, als er sich der gesellschaftlichen Konvention beugte und durch die Rückgabe der Geschenke Weihnachten rettete. Das hat mir den ganzen Spaß verdorben. Wenn wir Frosty, der Schneemann, sehen, ist Sheldon für die Sonne. Entschuldige mal, aber die Sonne ist unverzichtbar für das Leben auf der Erde. Frosty ist nur eine gefrorene Masse, eine übernatürliche, ephemere Erscheinung mit gestohlenem Hut. Eine Straftat, für die er nie zur Rechenschaft gezogen wurde. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Ich liebe es, den Weihnachtsbaum zu schmücken, dann komme ich mir wieder wie ein kleines Kind vor. Wir hatten keinen Baum, als ich klein war. Was? Wieso nicht? In meiner Familie wurden die Festtage weniger gefeiert, als vielmehr auf ihre anthropologischen und psychologischen Implikationen für die Gesellschaft analysiert. Das klingt ja sehr feierlich. Gab es wenigstens Präsente? In gewisser Weise. Wir haben Abhandlungen präsentiert. Dann Gesprächsgruppen gebildet und unsere Aufsätze kritisiert. Und bei euch, Sheldon, hattet ihr einen Weihnachtsbaum? Oh, ja. Wir hatten einen Baum, wir hatten eine Krippe, auch einen aufblasbaren Weihnachtsmann mit übergroßen Plastikrentieren im Vorgaben. Und damit es noch vergnüglicher wird, hatten wir so viele Blinklichter im Haus, dass sie in der ganzen Nachbarschaft Krampfanfälle auslösten. Dann hilfst du uns auch nicht beim Schmücken, was? Natürlich nicht. Aber, da ihr darauf versessen seid, eine mildenverseuchte Brandgefahr in meiner Wohnung zu schmücken, bitte ich euch, das hier hinzuzufügen. Was ist das? Soll es ein Witz sein? Das ist eine Büste von Sir Isaac Newton. Oh, ja. Klar, klar. Sehr weihnachtlich. Also entschuldige mal, das hat mehr mit Weihnachten zu tun, als alles, was ihr an den Baum hängt. Und es geht los. Am 25. Dezember 1642, nach dem julianischen Kalender, wurde Sir Isaac Newton geboren. Jesus dagegen wurde tatsächlich im Sommer geboren. Sein Geburtstag wurde verlegt, damit er mit einem traditionellen heidnischen Fest zusammenfällt, an dem die Wintersonnenwende gefeiert wurde, mit Feuern und geschlachteten Ziegen. Was vermutlich mehr Spaß macht, als zwölf Stunden in der Kirche mit meiner Mutter und anschließend im Früchtekuchen essen. Fröhliche Newton-Nacht euch allen. Ich hab das Gefühl, das war nicht ehrlich gemeint, auch wenn ich nicht weiß, wieso. Nein, schon gut. Du kannst Sir Isaac Newton neben diese Zuckerstange hängen. Nein, Isaac kommt auf die Spitze des Baums. Nein, auf keinen Fall. Ich verstehe. Du bestreitest Newtons Anspruch auf die Erfindung der Infinitisimalrechnung und möchtest Gottfried Leibniz an der Spitze sehen. Ja, du hast mich durchschaut. Ich bin Leibniz-Jamen. Tja, wenn deine Mutter kommt, kann sie dir vielleicht wieder Verstand einbläuen. Was? Deine Mutter kommt her? Wann? Morgen. Wann wolltest du mir das sagen? Morgen. Wieso machst du ein Geheimnis daraus? Naja, weil ich... Wenn ich du hast... Wenn ich nur was einwerfen darf. Offensichtlich ist Lennart in Sorge. Seine Mutter könnte mit dir als seine Partnerin nicht einverstanden sein. Was? Wieso soll sie mit mir nicht einverstanden sein? Ich bin bezaubernd. Ja, das ist auch so. Wenn ich nur mal... Wenn ich nur was einwerfen dürfte, Lennart kommt aus einer bemerkenswert leistungsstarken Familie und alle wählten sich hochbegabte Partner. Er hat vielleicht das Gefühl, dass es zweifelhaft ist, dass seine Mutter übermäßig beeindruckt sein wird, dass er eine Freundin hat, deren bedeutendste Leistung es ist, die Speisekarte der Cheesecake Factory auswendig zu können. Hey, das ist eine umfangreiche Karte. Es gibt allein zwei Seiten für Desserts. Ja, ich weiß. Und die Tagesgerichte wechseln täglich. Okay, es klingt lahmarschig, wenn ich das sage, aber voll lächerlich, wenn du es sagst. Entschuldige. Wie hat sie denn darauf reagiert, dass wir zusammen sind? Ähm... Du hast dir gar nicht erzählt, dass wir zusammen sind. Ähm... Und wieso nicht? Ähm... Lennart, ich bin kein Meditationsexperte, aber wenn du dich beruhigen willst, lautet das Wort um. Sehr freundlich von Ihnen, mich eigens vom Flughafen abzuholen. Oh, das mache ich doch gern. Ich bin hingefahren, Mutter. Und ich fahre dich nach Hause. Ja, Schatz, Mami ist stolz. Danke für Ihre Anmerkung zu meiner Arbeit der Widerlegung der Theorie der Quantendynamik des Gehirns. War mir eine Freude. Für eine Nicht-Physikerin haben Sie ein bemerkenswertes Verständnis dafür, warum elektrische Dipole in den Wassermolekülen des Gehirns unmöglich ein Einstein-Bose-Kondensat bilden können. Warte, warte, warte. Wann hast du meiner Mom Anmerkung zu einer ihrer Arbeiten geschickt? 16. August. Gleich nach ihrer Karpalltunnel-Operation. Hatte ich für die Blumen gedacht? Aber ja. Mich kann Blumen nicht ausstehen. Ich auch nicht, aber es ist eine gesellschaftliche Konvention. Ja, allerdings. Warte, warte, warte. Du bist operiert worden? Ja, und Sheldon hat mir Blumen geschickt. Ja, das habe ich gehört. Was hat dann das Warte, warte, warte zu bedeuten? Ich verstehe einfach nicht, wieso Sheldon mehr über dein Leben weiß als ich. Tja, ich nehme an, weil ich mit Sheldon in Kontakt stehe aufgrund gemeinsamer Interessen und gegenseitigen Respekts, während du mir wegen deiner ungelösten Kindheitsprobleme ausweichst. Und wir denken, dass diese denn eine narzisstische Persönlichkeitsstörung verursacht. Wir haben dies neulich erst während eines Videochats diskutiert. Wie wir dabei auf dich gekommen sind, ist mir rätselhaft. Ja, aber da wir schon bei dem Thema sind, muss ich dich etwas fragen. Lennart, wie geht's dir? Gut, Mom. Und wie geht's dir? Hm, wie ne Pausal. Schon geht's mir weniger gut. Dass sich dein Bruder verlobt hat, weißt du schon? Nein. Sheldon, wieso hast du's mir verschwiegelt? Mein Fehler. Aber ich hab ein Geschenk von uns beiden geschickt. Sie ist eine gewundernswerte Frau. Die jüngste Richterin am Gerichtshof von New Jersey und zweifache olympische Bronzemedaillengewinnerin. Du bist bestimmt sehr glücklich mit ihr. Wieso? Ich möchte sie ja nicht heiraten. Wie sieht es bei dir aus? Hast du eine interessante Frau an deiner Seite? Ob sie interessant ist, weiß ich nicht, aber... Nicht jetzt im Wagen, Sheldon. Wie du willst. Wollen wir das Thema wechseln zu Sir Isaac Newton gegen Gottfried Leibniz? Hm, lassen Sie nur, Sheldon. Ich will mal so tun, als würde mir Lennart keine Informationen vorenthalten. Obwohl ich darauf hinweise, Lennart, dass ich eine ausgebildete Psychiaterin bin und du den gleichen geheimnistorischen Tick an den Tag legst, wie damals, als du gelernt hattest zu masturbieren. Sie ist einfach brillant, Lennart. Ich beneide dich ja so. Sagen Sie, Howard, haben Sie und Rajesh endlich den Mut aufgebracht, zu Ihren latenten homosexuellen Gefühlen füreinander zu stehen? Was? Nein! Wieso nicht? Weil wir füreinander keine latenten homosexuellen Gefühle hegen. Ich verstehe. Nein, wirklich, ich habe jetzt eine Freundin. Und wo ist sie heute Abend? Sie musste verreisen, Ihre Großmutter ist gestorben. Ich verstehe. Ihre Großmutter ist gestorben. Nein, ehrlich, es ist wahr. Lennart, sag ihr, dass ich eine Freundin habe. Ich weiß nicht, was du meinst. Wie bitte? Du weißt nicht, was ich meine? Sag ihr, dass ich eine Freundin habe. Na gut. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bernadette. Sie arbeitet als Kellnerin, aber sie studiert, denn sie wird Mikrobiologin. Howard, bedenken Sie, je leidenschaftlicher Sie an diesem Konstrukt festhalten, desto mehr verletzen Sie Ihren Partner. Denkst du wirklich, deine Lippen an meinem Ohr sind hilfreich dabei? Hi, bin spät dran. Schön, dass du es geschafft hast. Setz dich, ich hole dir einen Teller. Mom, erinnerst du dich an Penny? Oh ja, die Serviererin, Schrägstrich-Schauspielerin mit dem ungelösten Vaterproblem. Hat er sich damit abgefunden, dass seinem kleinen Jungen Brüste gewachsen sind? Naja, er hat mir einen Football- und einen Baseballhandschuh zu Weihnachten geschickt, daher würde ich sagen, nein. Also, Sie haben kein Problem mit deinen Brüsten, ehrlich. Klassische Überkompensation. Oh, apropos Vater, Lennart. Dabei fällt mir ein, ich lasse mich von deinem scheiden. Was? Ja, der Mann hat mich betrogen. Nein. Doch, mit so einer Serviererin aus der Universitätscafeteria, ist das zu fassen? Eine Serviererin? Oh, nichts gegen Sie. Nein, es klang wie ein Kompliment. Wann ist denn das passiert? Wann war das? Sheldon, wann habe ich Lennarts Vater verlassen? 22. September. Ja, richtig, das Wochenende, nachdem Lennarts Hund einging... Mitzi ist tot? Sie war alt und blind, Lennart. Was hatten wir für eine Wahl? Ich glaube das nicht. Wieso bin ich der Letzte, der was erfährt? Hör mal, Lennart, ich bin diejenige, die sich scheiden lässt und mitzi wurde eingeschläfert. Wieso machst du jetzt so einen Aufruf? Du hast recht, mir tut es leid, ich habe mich völlig daneben benommen. Und Penny, was gibt's Neues bei Ihnen? Nichts, überhaupt nichts. Danke, dass Sie mich zurück in mein Hotel fahren. Oh, kein Problem. Ich wollte eigentlich Lennart darum bitten, aber er scheint mir emotional ein wenig labil zu sein und in diesem Zustand sollte niemand schwere Maschinen bedienen. Nein, das ist wahr. Die Motorkontrollleuchte ist an. Ja, ich muss da mal was drüber kleben. Sie sind bestimmt sehr niedergeschlagen wegen Ihrer Scheidung. Nein, ganz und gar nicht. Aber es beunruhigt mich, in einem Fahrzeug zu sitzen, das nicht regelmäßig gewartet wird. Ach, ich bitte Sie. Es macht Ihnen nichts aus, dass Ihre Ehe zerbrochen ist? Na ja, anfänglich empfand ich vielleicht so etwas Ähnliches wie Schmerz oder womöglich Wut, aber das ist die natürliche Reaktion des lympischen Systems auf den Betrug durch so einen widerwärtigen Schweinewut. Klar, verstehe. Zum Glück wurde mein Schock durch den Umstand gemildert, dass ich seit acht Jahren keinen Verkehr mit ihm hatte. Acht, ja? Ach, das ist gar nichts. Ich habe mich seit Anfang der 80er Jahre selbst um meine Orgasmen gekümmert. Oh, Schande. Was, was ist so lustig? Genau das sage ich auch immer während deines Orgasmus. Oh, Schande. Also, ich könnte einen Drink vertragen. Wollen wir einen trinken? Ach, ich trinke mich. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Leonard? 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 Was ist denn? Ich habe Tee gekocht. Ich will keinen Tee. Ich habe ihn nicht für dich gekocht. Das ist mein Tee. Und wieso erzählst du es mir dann? Als Konversationseinstieg. Das ist ein idiotischer Gesprächseinstieg. Ach, wirklich? Wir unterhalten uns doch, Schachmatt. Was willst du, Sheldon? Was ich will, ist mit einem Ein-Personen-Shuttle die Enterprise zu verlassen und zu einem Planetoiden zu reisen, auf dem ich herrsche und der Sheldon Alpha 5 heißt. Hm, das wünsche ich mir auch. Wieso bist du hier? Um dir Trost zu spenden, natürlich. Nein, so funktioniert es auf keinen Fall. Ich mach das mal von da drüben. Leonard. Was du zur Zeit durchmachst, ist eine klassische jungianische Krise, in der das älter werdende Individuum um den Verlust des niemals zu erreichenden Ideals der Familieneinheit traut. Danke, das ist überaus tröstend. Das war noch nicht der tröstende Teil. Ach, nein. Nein, nein, der tröstliche Teil ist, dass die deutschen Psychologen einen Ausdruck für deine Gefühle haben. Weltschmerz. Er steht für die Depression, die ausgelöst wird, wenn man die Welt so wie sie ist, vergleicht mit einer hypothetischen, idealisierten Welt. Du hast recht, mir geht's schon viel besser. Naja, die Deutschen haben sich schon immer aufs Trösten verstanden. Denk immer daran, Leonard, wenn deine biologische Familie dich im Stich lässt, hast du immer noch mich, deine Ersatzfamilie. Du bist meine Ersatzfamilie? Falls es für dich ein Trost ist, ich bin auch nicht glücklich damit. So, diesmal versuchen sie alles auf einmal auszutrinken. Ich kümmere mich seit sieben Jahren selbst um meine Rauschzustände. Noch eine Runde für mich und mein Mädel. Ich fühle eine extreme Wärme in meinen Extremitäten. Solange es nicht warm an ihrer Hose runterläuft, ist alles okay. Oh, das ist faszinierend. Ich muss feststellen, dass meine Hemmschwelle unvermittelt sinkt. Zum Beispiel überlege ich ernsthaft, den Hilfskenner zu bitten, mich auf der Toilette zu rammeln, während ich Käsekuchen esse. Was sagen Sie dazu? Naja, wir sind berühmt für unseren Käsekuchen. Noch eine Runde. Ja, wenn weniger gut ist, ist mehr noch viel besser. Hey, Beth, wissen Sie was? Was? Ich schlafe mit Ihrem Sohn. Wirklich? Mit welchem? Der von mir gegenüber meiner Wohnung wohnt. Doch, das kommt ja geliehen. Wie hat sich sein Penis entwickelt? Oh, Beverly, ich kann nicht mit der Mutter meines Freundes über seinen Penis sprechen. Oh, ich verstehe schon. Was können Sie mir über den Penis von diesem Aushilfsober erzählen? Herrlich gesagt, kenne ich hier nur den Käsekuchen. Noch einen bitte. Wissen Sie, Lennart wollte Ihnen nicht erzählen, dass wir zusammen sind. Ach nein? Das bedeutet, entweder ist ihm die Beziehung peinlich oder dass Lennart nicht genug an seiner Mutter liegt, um mir das zu erzählen. So oder so, für eine von uns ist das beleidigend. Also, dann sollten wir mal rausfinden, für wen von uns. Rufen Sie uns ein Taxi. Ich werde erst noch meine Visitenkarte dem Ober in die Gesäßtasche schieben. Und dabei tätschle ich noch mal ein pralles Knackiges hinterteil. Lennart? Hey, mein Jungchen. Tanz sofort hier an. Deine Mami will mit dir reden. Was ist denn hier los? Du hast ein Problem. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du mein liebstes Mädel flachlegst? War das so richtig gesagt? Ja, nicht übel, nicht übel. Seid ihr betrunken? Ja, das hoffe ich doch. Welchen Sinn hätte sonst der viele Tequila gehabt? Also, wieso hast du mir nicht sagen wollen, dass du eine Beziehung mit dieser reizenden, charmanten Jungfrau hast? Oh, vielen Dank. Bitte sehr. Liegt es daran, dass sie ungebildet ist, in einem Job festhängt, in dem sie niedere Dienste verrichtet? Das ist doch immer mit reizend und charmant. Wie kommt es, dass du mir nicht erzählt hast, dass du dich von Vater scheiden lässt? Warum hast du mir nichts von deiner OP erzählt, der noch nicht mal, dass mein Hund tot ist? Was ich da raushöre, ist, dass du, dass du eine innigere Mutter-Sohn-Beziehung wünschst, stimmt's? Ja, genau. So, es ist später. Also, ab ins Bett. Ein seltsam warmes Gefühl breitet sich in meinem Herzen aus. Das ist der Tequila. Wieso hämmert Leonard verzweifelt mit dem Kopf gegen seine Schlafzimmertür? Apropos warmes Gefühl. Komm her. Nein, ich schnapp mir lieber den Oma. Danke, dass Sie mich zum Flughafen fahren. Das mach ich doch gern. Ich sag's nochmal, ich fahre. Ich bin auch da. Bitte. Ich bin sehr stark verkatert und nicht in der Stimmung, dein Bedürfnis nach Anerkennung zu befriedigen. Sheldon, ich hoffe, Sie verzeihen mir mein unangemessenes Verhalten in der vergangenen Nacht. Ich nehme es Ihnen nicht übel. Sie waren alkoholisiert. Danke. Es war Pennys Schuld. Ich gebe auch Penny die Schuld. Böse Penny. Was? Wartet mal, um was ging es dabei? Welches unangemessene Verhalten? Ich halte es für besser, wenn du das nicht weißt. Einverstanden. Einverstanden. Ach, was soll's. Einverstanden. Und ich möchte, dass du dich sehr gut um diese junge Frau kümmerst. Oh, danke Beverly. Keine Ursache. Sie hat beruflich keine große Perspektive. Überlass ihr daher nicht auch noch die Zuständigkeit für ihre Orgasmen. Mutter, ich hab mich doch darüber beklagt, dass du nicht genug mit mir redest. Ja, Schatz. Ich bin darüber hinweg. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schlecht. Ich bin darüber hinweg. Wer hätte je gedacht, dass wir beide gleich ein Doppeldate mit echten Frauen haben, werden, die öffentlich zugeben, unsere Freundinnen zu sein. Ja, ich finde, echte Frauen sind die besten. Das verstehe ich nicht. Was gibt es denn sonst noch für Frauen? Howard, mit künstlichen Frauen kennst du dich besser aus. Übernimmst du das? Nein, das würde ihn zu sehr aufregen. Ich sollte dich vielleicht lieber warnen, bevor wir aufbrechen. Ich bin ein leidenschaftlicher Mann. Ich neige zu öffentlicher, zur Schaustellung von Gefühlen. Was genau versuchst du mir zu sagen? Es wäre möglich, dass es im Auto oder im Restaurant ganz schön zur Sache geht. Und damit Bernadette sich dabei nicht komisch vorkommt, wäre es hilfreich, wenn Penny und du es genauso handhaben würdet. Keine Sorge. Wir treiben es heute direkt auf der Salatbar. Namaste, meine weißen Freunde. Gute Nachrichten. Ich habe die vierstündige Version von Watchmen für uns mitgebracht. Habe ich eine detaillierte Analyse ins Netz gestellt. Was machen wir dann heute Abend? Tut mir leid, Radschaut und ich gehen essen mit Penny und Bernadette. Tja, keine unbeschwerten Junggesellenabende mehr für mich und Lennart. Diese wilden Hengste wurden gesattelt. Wie sind wir nur zu echten Frauen gekommen? Toll. Nur weil sie Freundinnen haben, lassen sie uns allein? Ich finde das auch toll. Wir haben einen wundervollen Abend vor uns. Haben wir? Oh ja, ich habe gerade entdeckt, dass auf meiner Festplatte nicht genug Platz für eine Linux-Partition ist. Wir beide werden also ein komplettes Backup durchführen und alle meine Betriebssysteme neu initialisieren und installieren. Dafür habe ich aber keine Lust. Wie du willst? Gut, ich werde also ein komplettes Backup durchführen und alle meine Betriebssysteme neu initialisieren und installieren. Und was soll ich machen? Wie ich erfahren habe, gibt es diverse Arten von künstlichen Frauen. Befass dich doch damit. Wir könnten heute Abend so viele coole Sachen machen. Hört ihr das an? In der Glendale-Galerie werfen Sie sich in Ihren besten Nadelstreifenanzug und zollen Sie der Swingmusik ab 17 Uhr bei uns in den Tribut. Hä? Hä? Nadelstreifenanzug. Klingt doch lustig. Tut mir leid, Ratsch. Ich bin nicht gewillt, heute Abend in irgendeiner Weise irgendeinen Tribut zu zollen. Schon gar nicht, wenn es mit organisierter Kriminalität zu tun hat. Welche denn? Die zur Zeit der Prohibition. Oh. Ich habe immer gedacht, das sei ein käufliches Begnügen für Männer. Dann gehen wir eben in der Galerie ein bisschen bummeln. Ich brauche aber nichts aus der Galerie. Brauchst du vielleicht was aus der Galerie? Nein, wir gehen nur gucken, was was ist. Aus semantischer Sicht ist das sinnlos. Na gut. Wie wäre es denn damit? Von der Uni-Webzeit. 19 bis 22 Uhr ein Merswegraum der Norton Hall. Geselliger Abend. Für Doktoranden und Lehrkräfte der Natur- und geisteswissenschaftlichen Fachbereiche. Ob Sie Atome spalten oder Verben konjugieren. Hier sind Sie am rechten Platz. Das klingt zwar amüsant, aber ich bin nicht daran interessiert. Ach, komm schon, Sheldon. Die Welt ist voller Menschen, die ausgehen. Lass uns ausgehen. Ausgehen ist gut. Wenn das Ausgehen so gut ist, wieso wurde dann das Zuhause im Laufe von Tausenden von Jahren perfektioniert? Eine Marketing-Strategie? Bitte, Sheldon. Ich bin ein junger, vom Männlichkeit strotzender Gast aus einem fremden Land. Ich muss auf die Piste. Da hätte ich einen Kompromiss für dich. Hin und wieder, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt und ich einen Tapetenwechsel brauche, setze ich meine Vorstellungskraft ein. Oh Mann. Ich reise dann am liebsten in die zweidimensionale Welt, die Edwin Abbott in seiner mathematischen Fantasie beschrieben hat. Ins Flächenland. Ich will aber nicht ins Flächenland. Das sagst du nur, weil du noch nie da warst. Ich bin jetzt ein Hexagon im zweidimensionalen Raum und ich kann einzig nur die Kanten anderer Objekte wahrnehmen. Ui. Bist du das, Raj? Ich erkenne deine Kanten nicht. Sheldon, ich flehe dich an. Ich will zu dieser Veranstaltung gehen, aber nicht allein. Nein. Da hast du Glück. Eine derartige Veranstaltung findet auch hier im Flächenland statt. Oh, siehst du das? Da liegt ein sexuell attraktiver Streckenabschnitt vor dir. Du solltest sie abschleppen. Was? Sag ihr, du wirst ein Kreis. Die Flachlandmädchen stehen auf Kreise. Hoffentlich hast du Hunger, Bernadette. Wir gehen in ein tolles Restaurant. Oh ja, ich hab gewaltigen Hunger. Wenn man den ganzen Tag in einem Biolabor fleischfressenden Bakterien dabei zusieht, wie sie kleine Nagetiere skelettieren, kriegt man einen Mordsappetit. Fleischfressende Bakterien. Und dennoch will ich diese Frau küssen, was schließt wieder raus. Dass du bereitwillig einen furchtbaren Tod sterben würdest, um zu Phase 2 zu gelangen. Wir sind über Phase 2 weit hinaus. Oder, Howard? Naja, wir haben zwar verschiedene Definitionen für die einzelnen Phasen, aber ja. Wie läuft's bei dir, Penny? Hast du Rollenangebote? Tja, die letzte größere Sache war die Inszenierung von das Tagebuch der Anne Frank über einem Bowlingcenter. Aber es wird sich ziemlich bald etwas Interessantes ergeben. Ja, gut. Wie kommt's? Ähm, du darfst mich aber nicht auslachen. Na, ich würde dich doch nie im Leben auslachen. Also, eine Wahrsagerin hat gesagt, wenn ich mir die Haare abschneiden ließe, bekäme ich einen überregionalen Werbespot. Ist das dein Ernst? Du kriegst Karriere-Tipps von einer Wahrsagerin? Gut, dass du sie nie im Leben auslachen würdest. Sie ist keine von diesen Betrügerinnen. Klar, sie hat ein Buch geschrieben und hat ihre eigene Website. Wieso hast du das nicht gleich gesagt? Schließlich darf ja nicht jeder seine eigene Website eröffnen. Wieso bist du eigentlich so ein Idiot? Ach, das überrascht dich? Hat dir deine Wahrsagerin das nicht vorhergesagt? Da, leck mich. Ach, komm schon, Penny. Unterhaltet euch ruhig weiter. Wir machen es uns hier hinten ein bisschen gemütlich. Ich nähere mich Phase 3. Danke fürs Mitkommen. Danke für die in limitierter Stückzahl erschienene Green Lantern-Laterne. Musstest du die mit reinbringen? Was, wenn das Böse zuschlägt und mein Energiering schon zu schwach ist? Komm, wir holen uns einen Drink. Ich trinke nicht. Richtig, aber auch wenn meine moralische Stütze eine Green Lantern-Laterne trägt sogar sehr viel. Einen Sex on the Beach und nicht mit dem Sex geizen. Ich hätte gerne eine Eisschokolade. Sheldon, hier gibt es kein Eiscreme. Tatsächlich? Offensichtlich gibt es Menschen, die eine andere Definition für das Wort Party haben. Er kriegt einen Shirley Temple. Und nicht mit der Shirley Geizen? Okay, dann sehen wir doch mal, was es hier so an Frauen gibt. Ist gut. Da ist eine Frau. Das ist Professor Wilkinsons Frau. Die ist ungefähr 80. Aber sie ist weiblich. Geht es nicht genau darum? Nein, ich will eine abschleppen. Oh, ach so. Du suchst also eine Frau, mit der du heute noch kopulieren kannst? Nicht so laut, aber im Idealfall ja. Danke. Vielen Dank. Und worin besteht meine Aufgabe als moralische Stütze? Du hilfst mir, ins Spiel zu kommen. Ist gut. Und wie läuft das ab? Ich werde eine Frau hemmungslos belügen und du stimmst mir einfach zu. Hey, das ist aber cool. Was ist das? Das ist eine Green Lantern-Laterne limitierter Auflage. Mein Freund ist auf der Suche nach einer Kooperationsgelegenheit. Ich finde dich witzig. Ich bin Abby. Ich bin Sheldon. Wie geht es dir, Rajeshraman Kutrapali? Nenn mich Raj. Hey Raj, woher kommst du? Vom geheimnisvollen Subkontinent Indien. Oh, Indien. Kennst du Indien? Ich bin Slumdog-Millionär. Gut. Ich bin ein Slumdog-Astrophysiker. Ich dachte, dein Vater wäre Gynäkologe. Bitte entschuldige. Martha, komm her. Das sind Raj und Sheldon. Das ist meine Freundin Martha. Hi. Hallo. Ist das eine in limitierter Stückzahl erschienene Green Lantern-Laterne? Am hellsten Tag in finsterer Nacht entgeht nichts Böses meiner Wacht. Oh, das ist ja echt abgefahren. Danke. Und welche wählst du fürs Kopulieren? Und? Worüber wollen wir uns unterhalten? Es wäre zum Beispiel interessant zu erfahren, wieso Menschen, die an Wahrsager glauben, bescheuert sind, Lennart. Da Lennart dieses Thema ausführlich im Auto behandelt hat, gibt es dazu wohl nichts mehr zu sagen. Tut mir leid, aber Tatsachen sind Tatsachen. Genau. Und wenn du etwas nicht verstehen kannst, ist es keine Tatsache. Nein, wenn es keine Tatsache ist, ist es keine Tatsache. Oh, jetzt habe auch ich es verstanden. Danke für die Belehrung. Oh, es war mir eine Freude. Wie ist dein Fisch? Hervorragend. Willst du was abhaben? Ja, gerne. Tja, Tatsache ist, du kriegst nichts ab. Bitte, Howard, Bernadette, ihr seid beide Wissenschaftler. Könnt ihr mir nicht helfen? Was denkst du, mischen wir uns in einen Beziehungsstreit ein? Nein, danke. Keine Chance. Vielleicht sollten wir einfach aufhören, darüber zu reden. Vielleicht sollte einer von uns überhaupt aufhören zu reden. Alles zu ihrer Zufriedenheit? Es ist richtig unbehaglich. Das Beste an einer festen, monogamen, partnerschaftlichen Beziehung ist doch, dass man sich selbst, wenn man mal verschiedener Meinung ist und einen heftigen Streiter trotzdem noch lieb hat und sogar miteinander schlafen kann. Willst du deinen Fisch? Ich wusste, dass du das tun würdest, obwohl ich kein Wahrsager bin. Bravo, Leonard, mach's doch noch schlimmer. Was ist denn hier los? Wir haben zugeschlagen. Ich bin die moralische Stütze. Danke, woman. Hey. Laser. Die letzte Nacht war toll. Ich plaudere eigentlich nicht so gerne aus dem Nähkästchen, aber hier hat jemand Phase 8 erreicht. Was in aller Welt ist Phase 8? Phase 7 nur ohne Shirt. Also, mein Schatz. Wie läuft's mit Penny? Oh, es könnte nicht besser sein. Lassen wir unseren Beziehungsfust jetzt an unschuldigen Zylon aus? Nicht nur an Zylon. Superman ist der Nächste. Ich würde dich jetzt gerne noch ein bisschen aufziehen, aber ich denke, ich komme später wieder, wenn du nicht mehr mit einem Hochleistungslaser rumhantierst. Wie kann ich mit einer Frau zusammen sein, die an Wahrsager glaubt? Hey, ich bin mal mit einer ausgegangen, die geglaubt hat, sie sei von Aliens entführt worden. Und sowas macht dir nichts aus? Oh, konträr. Sie war leichtgläubig und sofort wird Doktorspiele bereit. Wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Soll ich Penny gegenüber vortäuschen? Ich würde an diesen Blödsinn glauben. Ich bin mir sicher, Penny täuscht noch ganz andere Dinge vor, wenn sie mit dir zusammen ist. Beug dich doch mal bitte vor und leg deinen Kopf genau da hin. Alles eine Frage des Blickwinkels. Nehmen wir an, das hier sei die Menge aller Frauen auf diesem Planeten. Das hier sind die, mit denen du gern schlafen würdest. Das hier sind die Frauen, die deine Überzeugung zu 100% teilen. Das hier sind die Frauen, die bereit wären, mit dir zu schlafen. Und genau dort, in dieser winzigen Schnittmenge, findest du deine Traumfrau. Wahrscheinlich ist sie eine kleine Physikerin mit geringem Selbstwertgefühl in einer staatlichen Forschungseinrichtung in China. Was soll mir das sagen, hä? Heißt das, ich soll für eine Liebesbeziehung mit Penny alles aufgeben, woran ich glaube? Meine intellektuelle Integrität, mein ureigenstes Wesen und meine Überzeugung, das kann ich nicht, Howard. Das respektiere ich. Was ist das? Deine neue Freundin. Viel Spaß mit Nacht. Der Hund. Coira. Das Dach. Kato. Traube. Rüppelle. Augenblick. Sissen. Was war das denn? Es bedeutet, komm rein. Es dauert eine Ewigkeit, das neue Betriebssystem auf meinen Computer zu laden. Ich hab die Küche und das Bad desinfiziert und jetzt wollte ich schnell Finnish lernen. Joji Kräger. Das ist Hindi und heißt, mach worauf du Lust hast. Ach ja, ich habe eine SMS von Abby gekriegt. Sie und Marcia wollen sich nochmal mit uns treffen. Was sagst du? Ich sage gar nichts. Ich gebe dir lediglich mimisch zu verstehen, dass du den Verstand verloren hast. Verstehe ich nicht. Du hattest doch Spaß. Ja, das ist exakt. Ich hatte Spaß. Das ist Vergangenheit. Jetzt befasse ich mich mit anderen Dingen. Wenn ich zum Beispiel Finnish gelernt habe, werde ich ja auch nicht nochmal Finnish lernen. Bitte, Sheldon, ich bin ein verirrter indischer Junge in der Fremde und ich wünsche mir eine Freundin und ich will Abby. Aber sie würde nur mit Marcia kommen. Ja, Ratsch, dennoch gibt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Argument, keine Drohung, keine rhetorische Strategie, Bitte, Beschwörung und auch kein Gebet oder... Wetter, muss mit deren erfolgreicher Hilfe du mich noch umstimmen könntest? Die Hände des unglaublichen Hulk signiert von Stan Lee. Du meine Güte! Die Begehre ich seit vielen Jahren. Dann treffen wir uns also doch mit Ihnen? Hulk stimmt zweitem Treffen mit mickrigen Menschen zu. Zu dem Date gehst du aber ohne die Hände. Hulk traurig! Hey! Du holst also die Flusen aus dem Trockner raus. Das ist nicht nur sehr nett von dir, sondern dient auch der Sicherheit. Jedes Jahr werden nämlich 15.000 Brände durch Trocknerflusen verursacht. Und jetzt müsstest du sagen, wow, das ist eine interessante Tatsache, komm her, du irrer, verschrobener Kerl, ich kann dir einfach nicht lange böse sein. Wow, das ist alles, nachdem du im Restaurant der widerlichste Mensch überhaupt warst und das trotz der Anwesenheit von Howard Morrowitz? Nein, es tut mir leid. Ganz ehrlich, man verspottet niemanden für das, woran er glaubt. Vielen Dank. Würdest du mit mir zu meiner Wahrsagerin gehen und danach urteilen? Würdest du ein Buch lesen, das klipp und klar darlegt, dass Wahrsager Betrüger sind? Würde ich nicht. Also, gehen wir zu deiner Wahrsagerin. Wirklich? Einer von uns muss ja unvoreingenommen bleiben. Dann bin ich voreingenommen? Nein, im Gegenteil, ich helfe dir mit deinen Sachen. Ich glaube übrigens auch an Geister. Finde ich gut. Und an Astrologie. Ich weiß. Und an Pyramidenenergie und Heilkristalle. Oh, nein, nein, nein. Kristalle sind Humbug. Da ziehst du also die Grenze? Wahrsager sind echt, aber Kristalle sind Voodoo. Oh, Voodoo ist echt. Darüber macht man keine Scherze. Flächenland ist mehr als nur ein mathematisches Essay. Es ist zugleich ein Traktat über den viktorianischen Sittenkodex. Das habe ich noch nie in Betracht gezogen. Wow, dadurch bekommen meine Besucher dort eine völlig neue Qualität. Oh Mann, die Zeit rennt. Aha. Das Bett ruft. Okay. Gute Nacht, mickriger Mensch. Sheldon? Ja? Weißt du, es geht ganz schön ab im Wohnzimmer. Da dachte ich, ich könnte doch vielleicht ein bisschen in dein Zimmer kommen, oder? Aber selbstverständlich. Komm rein. Ich schlafe in Lennerts Zimmer. Gute Nacht. Ich schlafe in Lennerts Zimmer. Untertitelung des ZDF, 2020